Gummoo! Gummoo, meine Freunde, Gummoo! Lagt doch ein Verein, Jürgen, nein, wir machen Wette, die sind alle süchtig hier, Kuba. Nach den komischen Pfandflaschkanalpunkten. Wie lang geht die Kacke, die Wette? Wie geht's dir? Wie fühlt's gut, Kid Boy? Ich hoffe, die auch. Halt die Klappe und antwortet, blöd, Mann, hab ich doch. Sussland. Schön hochdrucken, die Wette. Komm, was habt ihr denn in den Zimmer? Ganz viele sagen nein, wegen letztem Mann, ne? Weil letztes Mal auch nicht gecrasht ist. Die, die Ja gedrückt haben, die haben richtig Bolzen in der Hose, Alter. Hallo, Chris and Tim. Und hallo, Eimdeka. Guten Abend. Guten Abend. Gute Göt. Gute Göt, ja. Let's go. Wenn du Maus ausdrückst, hast du... Nein. Ich hab letztes Mal zwei Stück hintereinander gehabt an dem anderen Haus. Juri. Und warum bist du nicht in den Pommes? Wir fliegen heute im Urlaub. Hier ist Peanut. Motherfucker. Ich dachte, wir fliegen heute im Urlaub, Juri. Ey, du zerstörst meine Träume. Einmal nochmal fliegen mit Peanut. Ja. Ja, weil ich's verruft hab. Hä, ist doch noch früh. Wir haben 20 Uhr, Kollege Toju. Hoffentlich steck ich euch an und ihr werdet müde. So, können wir rein? Oma, gibst du Go? Ist vorbei, ne? Verdammt. Du hast auch gewettet. Ich hab nicht gewettet. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay. Let's go. Ich fass nix an. Oh, das war ganz kurz. Nix passiert. Ey, wo ist unser Auto? Hiermit hat unser Auto geklaut. Scheiße. Crinky? Boah, jetzt hat mich der Wund abgeschleppt. Ja, hallo. Hasepups, die haben unser Auto geklaut schon wieder. Nein, Specksnütchen. Doch, die haben's geklaut. Die liegen Glagscheiben auf dem Boden. Ne, das war ich. Warum? Hast du wieder das Gurkenglas aus der Hand geflutscht? Ja, ich muss euch sagen, ich krieg das Scheißding nicht auf und du bist ja auch nicht wach zu kriegen, wenn du erst mal... Oh, okay, sieht aus wie der Schwanz und Schreck. Ich weiß nicht, wie ich auf so was komme. Ich hab keine Ahnung. Mein Kopf ist kaputt. Ich wundere einfach gar nichts mehr bei dir. Hast du Lust, um das Handy zu essen? Machen wir jetzt eine Darmspielung live? Darf ich mal nicht? Ja. Du hast eine Sandy aus dem Mund. Fettsack. Was hast du gesagt? Hä? Ich hab gesagt, ich bin Fettsack. Du bist kein Fettsack. Ja, doch. Lass dir sowas nicht einreden. Okay. Hast du das Auto? Ja, ich hab's geklaut. Kannst du mich abholen? Wo bist denn du? Ja, wo soll ich sein? Ja, ich weiß nicht. Nein, ins Hause. Ich bin gerade unter Hostel. Ja. Für Glück, dass ich es nicht gehört. Einen Moment. Ich hab's genau gehört. Ich kann es so gut ignorieren. Dass du ein Puff bist. Hab ich nicht. Jawohl. Mach nicht so. Mach du nicht so. Mach du nicht so. Ich bin Abu Peanut, der Salami. Oh. Hast du meine Matchbox-Autos dabei? Gut, 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 gut. Hast du meine Matchbox-Autos dabei? Nein. Boah, ich hab nicht gut geschlafen. Oh mein Gott. Warte. So. Okay. Na? Na? Ich mag so 15 Dollar alles. Ich bin verheiratet. Egal. Ich mag Zelda ja auch. Wups, den Rödel. Oh ja. Ich hab kein Rödel. Ich hab so ein geiles Auftrag. Ja, oder? Oh mein Gott. Oh mein, aua. Fängt das schon gut an? Was machst du? Ja, was ich fahre. Ja, voll windig hier. Uns ist die Scheibe voll rausgesprungen. Nee, die ist so da. Hä? Ist das doof? Bist du so? Oh mein Gott. Sag mal, hast du getrunken? Nein. Du hast getrunken. Hab ich nicht. Warum hast du... Was soll das? Ich hab Zahnwasser gegurgelt sogar. Ja. Mach du, mach... Ja. Ja, komm. Schrei nicht so. Ich hab nie geblieben. Du bist mir viel zu dominant, Twinkie. Du warst mal anders. Du warst mal zuckersüß. Ich bin zuckersüß. Was ist denn hier schon wieder los? Weiß nicht. Warum sind alle Autos in der gleichen Form? Ich weiß nicht. Hallo, ist hier jemand? Was sollen die Leute ausdrücken? Vielleicht ist das ein Autohaus. Ja. Oh, guck mal. Oh, das hier vorne ist schön hier links. Ach, das gefällt mir aber. Was ist denn mit deinen Haaren? Hast du dich heute nicht fertig gemacht? Machst du dich nicht mehr hübsch für mich? Ich war gerade dabei. Machst du dich nicht mehr hübsch für mich? Hab ich gefragt. Lann. Twinkie? Twinkie? Ne. Was denn? Ich frage... Du denkst, du kannst mich einfach anschreien. Ja, ich hab nicht geschrieben. Und wie du jetzt richtig hast. Nein. Darum erinnert mich, dass du mein Free Willi... Ach, komm. Mach dir deine Haare vernünftig, Frau. Ja. Mein Gott. Schmäh dir ein bisschen Mayo rein. Du kannst dich so hübsch machen. Du kannst dich so hübsch machen. Du kannst dich immer rum wie so ein Penner. Ich lauf nicht rum wie ein Penner. Los. Schmäh dir ein bisschen Mayo in die Glatze. Ja, okay. Was geht, Karen? Ist es das, was du willst? Wollen Sie mit dem Manager reden? Wollen wir noch heute den Urlaub machen, oder nicht? Bitte melde mich nicht. Hallo? Ja. Wohin? Ja. Los, oder nicht? Du musst aber jetzt... Egal, wenn wir was essen gehen, du musst immer den Manager verlangen. Und das werde ich auch. Du willst bestimmt geboten, dass Geschenke umtauschen und so. Ab heute musst du mich Abo-Peanuts nennen. Warum denn so? Ja, weil... Was hast du schon wieder gesehen im Fernsehen? Ich merke schon, wie du redest. Six Blocks hab ich geguckt. In Netflix. Six Blocks. Ja, das ist so ein Gangster-Film. Okay, was ist das? Ja, aber sofort hörst du auf Toni, hast du verstanden? Nein, nicht weinen, das war nur aus dem Film zitiert. Du hast mich eingeschrieen. Wallah, brekkurani, wer ist ein guter Schauspieler, ja? Hat mich gefallen. Fünf Sterne, Daumen hoch. Wir wollten irgendwo hin. Um die... Ja, wo hin? Leute, wir wollten Urlaub machen. Ach, wir fliegen doch im Urlaub. Ja, wenn der Penner sein Versprechen hält. Er hat gesagt, er kommt uns abholen und bringt uns... Stimmt. Wir fliegen Urlaub heute. Wir müssen noch Sachen packen. So, hast du noch nichts gepackt? Nee, du, ich dachte, du machst das für mich. Ach, ich färg's nicht hier, nee, mach doch hier gar nichts. Ich hab nicht mal ein Kufferchen. Ich hab nur noch meine Brotdose aus der Grundschule. Und da passt Maxi mal ein Schlipperein mit ein paar Socken. Schön war auch ein paar Socken. Mit Klamotten hab ich eigentlich eh nicht, ne? Ja, richtig. Oh mein Gott. Wo fahren wir hin? Nach Hause. Ja, aber ich will nichts. Kannst du packen? Ich glaub, du weißt nicht, wo du wohnst. Du wirst immer gemeinten haben. Doch, ich weiß wohin. Wir fahren nun dann rechts. Ja, wir wollen bestimmt deinen Lover, zu dem du mir rüber kannst du nicht pennen. Nein. Oh mein Gott. Wenn du mir fremd gehst, ne? Was ist der an? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Platt. Was für einen Deal nochmal? Ja, dass wir sowas nicht machen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich einpacken soll. Ja, ey, wo kommt Kürtisland? Stimmt, hallo, da bin ich. Ja, was nu? Ja, na nu? Was los? Ja, wir wissen nicht, Sachen holen. Ich ruf den erst mal an. Ja. In der komischen Bahamas-Insel. Ah, geht nicht dran. Der hängt bestimmt wieder vor der Glötze. Ja. Der Idiot. Na, Scheiße. Aber gepackt ist ja schnell, dann können wir ihn nachher noch packen. Ja. Außerdem weiß ich gar nicht, die haben... Mann, warum haust du schon mit der Scheibe ein? Ich mag die nicht. Jetzt steig ein. Das ist teuer, wir haben kein Geld mehr. Hast du schon was von Pinsel gehört? Nee. Hast du schon was von der Wille gehört? Nee. Dann guck ich mal in mein Handy. Ja, die rufen mich eh nie an. Mich auch nicht, oh mein Gott. Nö. Letzter Anruf war vom Wille 31. Wann war der? Gestern, ne? Ja. Mich ruft auch keiner an. Keine Sau interessiert sich für uns. Nö. Auf der Glocke. Wobei, vorhin hat mich der Chris einmal angerufen, aber er hat nicht geredet. Und dann habe ich einfach von mir erzählt. Hallo? Oh Gott. Ist da... Hallo, wer ist da? Wille! Gott, Jutta? Nein. Peanut. Ei, was ist mit dir? Hast du dich angerufen, ne? Äh, gestern, ja? Ja, was wolltest du? Äh, ich wollte, dass du die... Was hast du jetzt gesagt? Nix. Hab nix gesagt. Ja, ich wollte, dass du die Karte unterschreibst von Hans Petter. Was, die Karte? Karte, der hat Geburtstag heute. Was, der Geburtstag heute? Ja, der Ronny hat ne... Jetzt fährt der Ronny einfach weg. Ja, leck mich doch am Arsch. Äh, der, der hat heute Geburtstag und der, und der Ronny, der hat ne Geburtstagskarte gemacht. Und da müsst ihr noch drauf unterschreiben. Du und die. Wo sollen wir hinkommen? Äh, ja, eigentlich zum Taxi. Okay. Aber jetzt ist der Ronny gerade weg. Und der Arsch, Peter, hat heute Geburtstag? Ja, richtig. Oh, okay, alles klar, wir besorgen nur kurz ein Geschenk. Okay, mach das, bis gleich. Okay, bis gleich, tschüss. Äh. Scheiße, Twinkie, der Chef hat Geburtstag heute. Äh, ich hab auch nicht zum Geburtstag bekommen. Ach komm, hast du wohl. Äh, das ist so nicht wahr. Na klar, ich hab den... Ich hab den... Ich hab den dieses Fahrrad gekauft. Wir müssen dem Chef ein Geschenk. Oh mein Gott. Aber warte mal, heute ist 1. April, ne? Ja. Vielleicht hat der nicht Geburtstag, oder? Der ist ein laufender Witz. Ich glaub, jetzt weiter ist. Oh ja, wir fahren eben zur Tanke. Wollen wir mich 10.000 Dollar bei? Oh mein Gott. Äh. Ich hab zwei Dings, äh, Sportzigaretten, die schenke ich dem auch. Was zur Hölle sind Sportzigaretten? Das mit diesen Tabak-Kippen-Dinger. Drogen. Die hat doch der Willi im Handschuhfach gelegt. Wollen wir nicht irgendwann eine Tanke... Oh Gott, oh. Oh gut, oh gut. Danke. Nee, aber hier ist ein Baumarkt. Oh ja. Nee, komm, das wird zu teuer. Nein, komm. Wir müssen auch an den richtigen Enden sparen. Und das wäre dann zum Beispiel der Chef. Oh mein Gott. Aber was willst du an der Tankstelle kaufen? Ja, keine Ahnung. Blumen? Okay, Blumen ist eine gute Idee. Ein Stoff Blumen, was noch? Ja, keine Ahnung. Konnichiwa. Ein Benzin-Kanister? Was mit so einem Ding so? Teuren Kaviar auch. Ich weiß ja nie. Vielleicht ein Bier. Ein Bier ist doch asozial. Er ist doch asozial. Was ist er? Nicht asozial? Ich weiß nicht. Verkippen? Ist der Raufer? Ja, hol dir eine Schachtel. Hol dir ein paar Streichhölzer. Und Blumenstrauß. Also, einmal kippen, bitte. Dann hätte ich auch gern einen Blumenstrauß. Ich würde ja wohl Streichhölzer selber haben, oder? Und einen Kock. Wir kaufen ihm so einen Gummikock. Kock auf Wien. Auf Wien ist Spanisch für Gummik. Was? Ich habe jetzt nicht verstanden. Ach schon. Ach so. Hier. Ja. Ich kaufe schon. Okay. Okay. Alles einmal bitte mit Karte. Okay. Meine Frau möchte mit dem Manager sprechen. Wie war denn die Zahl nochmal? Welche Zahl? Vom Pin? Ja. Eins. Oh ja, stimmt. Und bitte mit Enter bestätigen. Ja. Ja. Und das dauert aber lange. Sollten Sie sich mal ein neues Gerät holen. Genau, wir wollen mit dem Manager sprechen. Aber insofort. Der ist nicht da. Dann will ich deine Nummer haben. Wann verstehst du chinesisch? Wie bitte? Wann verstehst du chinesisch? Ja, schon. Oh, mein Teil noch. Daxein. Oh, Lamping. Pong. Kui doch, ha? Ja. Genau. Einsch will keine Sonnenbrille kaufen. Okay. Ich will einfach mein Zeug. Okay. Auch ein, Alter. Ja, Blablabla. Erzählst deine Mom. Ich weiß. Immer dieses Geschwätz. Hallo, Tobias. Glück gehabt hier, Rudi. Was? Die haben nicht unser Auto geklaut. Ja, wir waren doch direkt hier vor der Tür. Aber trotzdem gucken die dir an. Die sehen aus wie Assis. Was ist so trinken? Nee, komm. Ich tausch. Du hättest gerade was holen können. Ja, ich dachte, du hast was. Nee, nee. Sieht schlecht aus. Dann besorg ich vom Taxi was für Fetschgesaufen. Okay. Was hast du jetzt gekauft? Ein Blumenstrauß? Ein Blumenstrauß, ein Kork. Kippen und eine Streichhölzer. Ja, tun wir noch einen Zehner oder so da rein. Dann passt das. Und der Pins hat eine... Ach so, ja, das hab ich auch gehört. Nein, der hat eine Geburtstagstorte. Nein, hat der nicht. Der hat eine Dings, eine Geburtstagskarte. Da müssen wir drauf unterschreiben. Okay, wo ist die? Die hat der Pinsel. Ja, wo ist der Pinsel? Ich ruf den an, Carol. Und das Moment ist okay. Por favor, no shit, den wir sehen. Hallo. Ja, schön, dass du dich auch mal meldest. Wo ist die Geburtstagskarte, die wir unterschreiben sollen? Ja, die hab ich dabei. Ja, und wo bist du? Ja, ich hab euch suchen wollen, aber irgendwie... Und wen hast du denn bei dir schlafen lassen? Da stinkt voll der Schwanz aus deiner Bude. Alejandro. Aha. Ist jetzt Alejandro dein neuer bester Freund? Weißt du, dann sag es gleich. Dann such ich mir mit Karen, mit Twinkie, neue Freunde. Wow. Alejandro war auch immer... Der war immer... Der ist auch immer ein bisschen freund. Langweilig. Wo ist die Karte? Ja, hier. Ja, wo ist sie? Ja, Willi kann mich holen. Ja, wo? Verwahrstelle. Polizei Verwahrstelle. Polizei Verwahrstelle, bitte. Wir sind direkt um die Ecke. Wo seid ihr? Unter einer Brücke. Ich, ja. Doch, die eine, es gibt hier noch eine. Wo treffen wir uns denn? Dann unterschreiben wir das Mobild. Äh, Willi ist jetzt da. Wo sollen wir hin? Ja, sag uns doch, wo... Boah. Das PDM-Parkplatz. Willi, was ist PDM-Parkplatz? Bei diesem Autohaus, Mann. Ach so. Autohaus, okay? Autohaus. Okay, bis gleich. Dann. Twinkie? Ja? Der hat den Alejandro bei sich schlafen lassen. Boah, das gibt's doch nicht. Ich glaub, da wünsche ich mal eine Freundin sein. Ich glaub, da sind schon neue Freunde. Komm, wir fahrens hier links zum Autohaus. Da kommt der mit Willi. Ich glaub, der mag uns nicht mehr. Der olle Lidscher, der. Machst du? Ja, ist gerade rot geworden. Ach so. Ach so. Jetzt ist grün. Nein, gelb. Jetzt ist grün. Ich geh gleich noch schlafen. Oh, schönen Sonnenuntergang. Ja, ja. Drei wir uns hier. Hier. Da ist dein neuer bestes Freund. Mr. T-Shirt. Aua. Perfekt. Guten Abend, Heschel. Keiner sagt Hallo, weil wir alle müde sind. Na, sieh mal, einer guck. Wer ist das denn? Hallo. Schmeckt voll gut, dass drei Tage alte Ton verstanden wird. Dacht, weggehen. Ach. Daraus. Sie ist aber hier. Hallo, ich bin. Hey. Arbeitest du jetzt bei Müllerbruch? Nee, ich war heute Abend des Gesetzes schon unterwegs. Ach, das ist so im Ordnungsamt jetzt. Ja, so ähnlich. Ja, der hat doch sogar ein eigenes Lied jetzt, ne? Lass mich reiten, hast du mit deinem Freund Alex Kando geschrieben? Ich hab ihn nennen. Ayantro war mein bester Freund und dann ist er verschwunden. Ja. Ja, hat dich allein gelassen, am Stich gelassen. Ja, ich bin schon wieder da. Genau. Macht er mit der Geburtstagskarte, Ronny. Ja, ich mache. Ah, gib her den Wisch. Hier, Pinky. Oh. Die heißt Twinky. Nee, den hat die dir ja schon gekauft. Die heißt Ronny. Ja, den hatten wir gekauft. Oh, die sind aber ordentlich am Üben da drüben, wa? Oh, okay. Die reimt sich sogar. Ja, bitte. Ja, wo ist die Geburtstagskarte? Ich hab nur einen, ja, zieh. Ja, gib. Gib, Twinky. Oder unterschreib für mich. Wieso für dich? Unterschreiben? Ja, schreib selber. Ja, dann gib her. Ja, jetzt beruhige ich dich erstmal, okay? Ich mal da mal einen riesen Schwanz drauf mit Adern. Mach das. Mach ich ja auch. Ich hoffe, da ist schon genug Platz. Aber eine Königsader muss ja gar keinen Platz mehr. Super, Pinsel, super. Ja, gut. Hat jemand was zu trinken? Ein, zwei Fläschchen Cola? Ja, leider nicht. Bin Marth, das enttäuscht von dir, Pinsel. Warum? Warte, ich hab Fetschi. Hier. Hast du schon? Ja. Warte. Wir sind die sechs von der Müllabfuhr. Noch ein? Erstmal Fetschi schütteln. Oh, geil. Das ist wirklich eine schöne, eine gute Karte. Ja, bitte heute. Findest du die Karte super? Ja, die ist wirklich geil. Ich würde die auch gerne mal sehen, aber ist okay. Ja, du darfst vielleicht. Soll ich so lange in der Ecke warten? Aber ruhig dich. Ich muss gucken, wo ich hier noch hinschreibe. Ja. Mal einfach rüber, die anderen drüber. Ich wusste, dass die anderen Meldungen unterschreiben. Und gibt's heute eine Geburtstagsparty? Am Samstag. 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 Also einer von, einer von euch kann, so wie ich das jetzt sehe, über meinen Namen schreiben und einer kann rechts von Willi. Weiß von Willi? Sieht passend aus. Ich freue mich, dass ich im neuen Himmel bleibe. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dich schuldig sein? Aber. Jonas, schulde. Danke für den Prime im 20. Warum kann ich das so oft teilen? Ich weiß nicht. Aber danke. Und League28, danke schön für den Zappen. Herzlich willkommen. Und Nate, danke schön für den Prime im 6. Und Slammer, danke für den Prime im 2. Und Sariko, danke für den Rieser im 13. Und Leon, danke schön für den Prime im 33. Okay, okay. Christoph Augenbraue. Ich glaube, das sieht schon aus. Und Daglina, danke für den Prime im 13. Und Xperlmi, danke schön für den Rieser im 10. Stufe 2 sogar, vielen Dank. Tuskani, danke für den Rieser im 19. Nur Harine, danke schön für den 100 Bits. Matze, danke für den Rieser im 33. Und Knister, ich mache. Was denn? Was hat er? Was hat er? Weiß denn? Wie Gicht. Was ist denn? Haargicht. Hauptschule, Hauptschule. Mit Qualifikation. Ein Polizist mit Elfenohren. Oh nein, ich habe was. Mit diesen Elfenohren. Schreibt er was aus. Was hast du? Kennt ihr den nicht? Ne, das kenne ich, ne? Kennt ihr nicht, Hargicht? Ne, leider nicht. Musst du eingehen mit deinem Handy. Ich habe eine Überraschung für euch. Oh Gott, jetzt? Ich habe zwei Eis. Ja, super. Ich habe Kaukwabeneis und Shiginagi-Eis. Das ist total geil. Wirst du mal kosten? Jetzt will uns wieder mit Essen locken, Twinkie. Oh, ich meine. Nach deinem Verrat. Okay. Willi macht sowas nicht. Für Willi sind wir immer im Herzen. Ja. Chef. Bin sie springt von Schwanz zu Schwanz. Bist du da? Okay, wir machen gerade eine Überraschung und dann kommen wir. Bleib da. Was ist denn eine Überraschung? Bis gleich. Hallo, Wova. So, der Chef ist ab Taxi. Los, wir müssen los. Ja, hast du ihm jetzt gesagt, dass wir eine Überraschung machen? Ich habe noch nicht unterschrieben. Ja, jetzt beruhige ich dich erst mal. Dann unterschreib du für mich, Twinkie. Ich habe keinen Stift bei. Okay. Ich habe ein ganzes Mäppchen. Wolltest du nicht mit was anderem unterschreiben? Mit was? Ja, soll ich mich sagen? Na, ich habe gesagt, mal das. Also. Wenn dir den Pullermann auf Blatt legt, dann ist dein Blatt weg. Oh Gott. Jetzt hör auf dich ein zu hören, Pinsen, Schwabiner. Jetzt übertreib das. Ja, aber du sagst, ich bin ein schlechter Freund. Ja? Das ist nicht wahr. Doch. Bitte. Twinkie sieht das genauso. Twinkie. Und Willi hat auch schon gesagt, dass du ein Wichser bist. Was? Nein, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, Wichser. Okay, ja. Wir sind mal durch dick, dick und dünn gegangen. Ich habe gesagt, Wichser. So soll ich dir das dann wiedergeben, die Karte? Ja, kannst du mal. Hast du für mich auch unterschrieben? Ja, habe ich. Okay. Okay. So. Aber kann ich die mal sehen? Ja, Willi. Du kriegst sie doch dann. Äh. Aber kannst du auch noch? Ja. Am I too aggressiver? Klickst du auf dein Handy rum? Ich klebe die Tasten, deswegen knacken die so. Welche Keypad hat das auf dein Handy? Äh, ja. Okay. Kann ich die Karte jetzt aufsehen? Na klar. Also es ist aber für dich schon unterschrieben, ne? Ja, aber ich will die Toten sehen. Ja, keine Scheiß. Wann denn? Ich muss gerade gucken, wo ich sie habe. Ist das eine physikalische Karte? Gibst du mir die jetzt in die Hand? Ja, hier habe ich die. Guck. Ja? Oh. Hier. Warte, ich habe SMS bekommen. Wo ist er hin? Könnt ihr euch bitte beeilen? Der Chef wartet. Happy Birthday, lieber Hase Peter, dein Bauch wird immer fetter. Wir lieben dich, wie du bist, Arschgesicht. Und gib uns mehr Gehalt, denn du bist jetzt alt und brauchst das ganze Geld nicht mehr. Pimmel, Vega. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Bin ich in die Taxi-Mafia. Wir haben einfach drüber gemalt. Ja. Okay, los. Das ist... Wir sind auch die Wichtigsten irgendwie. Mann, der hättest aber transparenten Hintergrund machen können, Idiot. Egal. Komm, wie. So schlecht. Bis nicht, danke für das Wissen machen. Werte nur gedießt. Hauptsache, Kinder jetzt ziehen. Irgendwann falsch, die Laude. Das hast du super unseren Namen geschrieben. Danke. Einfach über alle anderen drüber. So wie es sich gehört. Wir waren bald. Ja? Ja, oder nicht? Wir waren auch komplett falsch. Wir waren auch komplett falsch. Ach so, okay. So fällt das wirklich richtig. Oh mein Gott. Ach was denn? Sag, red nicht. Ich bin Abu Peanut, okay? Ja, wenn du so mit mir redest, dann nicht mehr. Komm. Nee, ich möchte nicht, dass du so mit mir talkst. Ja, okay. Ich will nicht was. Oh mein Gott. Ja, ich lasse es ja schon gut. Das ist wirklich beruhigt. Ja, ja, hier ist ganz dicke Luft. Ja, ja, ich merke schon. Hier, bitte immer auch. Und der will auch. Was geht? Äh, ich glaube, Oni? Ha, geschieht ihm recht. Ja, wir kommen jetzt. Sag, wir kommen jetzt. Wir sind jetzt da. Oni? Ja. Du siehst doch, dass der gerade am Zählen ist. Ja. Wir sind die sechs von der Müllabfuhr. 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 Du hast nämlich genau den Flow drauf gehabt, Willi. Wir fahren raus und... Von dieser Zot-Werbung. Ehrlich? Ja. Ey, Roni, da bist du ja. Hallo? Oh, mir ging es so schlecht gerade. Dick, wie war ich? Los geht's. Also sowas, Peanut. Ja, du musst mein Ernstes Boot mit dem Rhen. Der hat meine Gefühle verletzt. Ja, Marvin. Ja, nimm dir den mal zur Seite. Ich hoffe, es gibt's Torte. Hoffentlich. So eine geile Erdnustorte. Wir fahren jeden. Ja. Herzlich willkommen, Los Santos. Angst da habe, Angst da habe. Oh mein Gott. Kann ich ins Casino? Nein. Bitte? Nein. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich die 10.000 Dollar habe. Oh je. Ja, woher denn? Beim Bipschi gewonnen. Mit dem Ding, Bischop. Ja, und das war das letzte Mal. Jetzt ist mir nicht wieder plus, minus, null. Ja, trotzdem war es das letzte Mal. Oh, was ist mir schon wieder los? Meinst du, ist Hase Peter gestorben? Oh. Oh, ich, also ich habe erst Hase Peter umgeboxt und danach hat er gesagt, 15 Riesen, wenn ich Looper umboxt. So. Wer ist Kürtis, Bruder? Äh, ja, mir tut alles weh. Guck mal, weil ich ein Teilchen habe. Halt auf. Oh, du Schiff liegt auf. Nein, ich bin im Taxi-Dienst. Schuhchef, was geht? Hallo. Wir schillen. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday to you, Schäppchen. Danke. Was ist die torsing? Mein Problemchen. Ich habe eine Frage, aber die möchte ich mich stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das als Komplimenten seht oder halt an mir. Happy Birthday to you. 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 Denn ich liebe nur dich, Herr Peter. Du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich, Herr Peter. Doch als Chef bist du toll, Und ich ging allein am Fluss entlang Da sah ich dich dort am Ufer stehen Und du gingst mit mir, es war so schön Du bist alles für mich Denn ich liebe nur dich und alle Hans-Peter Ich glaube, er ist tot Er fährt Taxi ganz schnell Und im Kopf ist er nicht hell Hans-Peter Ich glaube, wenn er tut, ich soll das nicht vermissen Du sollst dich ausruhen Guck mal, jetzt hat er wieder Freak aus Oh, jetzt geht's gut Und ich krieg die Hälfte Happy Birthday to you Happy Birthday Zeit, Gesicht, Schulter Lass dich ausruhen Oh mein Gott Da war eine Fliege, die wollte ich angreifen Ach, Wursche Ey, warum hast du die Fliege dann nicht gegessen? Ich dachte, ich schlau Äh, wo sind sie denn? So, ich muss aber Du, ich Du, ich Du, ich Du, ich Alter, Higgi Da war eine Fliege, die wollte ich angreifen Ach komm Das ist okay, Shakira. Und ich hab dich nicht mehr getroffen. Ich spüre. Da war eine Fliege. Ich hab dich doch gar nicht getroffen. Ich hab dich doch gar nicht getroffen. Ich hab dich nicht getroffen. Das war auszusehen, okay? So fängt's an. Ich hab dich doch gar nicht getroffen. Wie oft soll ich mich wiederholen? Was du wohl? Die saß auf deiner Brille. Und die hab ich ohnehin mit Konfurtet gemacht. 099. Nein, nein, nein. Hauf. Hauf. Die Tiere bei Seawall drehen durch. Hauf. Hau doch. Hau doch nur die Sandbinder. Wie ist das? Du bist doch wieder Happy Meal. Hau. Ja bitte, warum meine Fresse dort wegfällt. Dann ist die mir gut? Ja. Dann komm. Ja, geht schon. Das war nur deine Brille, die war voll aus deiner Brille. Die wollte auf Kehle gehen, wie der Marienkäfer. Scheiße Marienkäfer. Ja, die Fliege war der Freund von dem. Die wollte sich jetzt rächen. Ich habe nicht geweint, okay? Du sagst den anderen nie, dass ich geweint habe. Okay. 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 Okay, geht wieder. Okay. Muss er dich jetzt einstimmen? Nein, geht schon. Alles gut? Ich weiß, die Leitstelle mal haben. Hallo? Nein. Tschüssi. Keine Scheiße. Komm schon. Digi. Sobald es okay ist. Mit der Karte. Die Leitchen. Zehn bekommt. Ja, Quillen bekommt. Meine Stirn schwitzt. Du, was war das denn, Alter? Alter. Ich wollte nicht mal, aber ich habe aufgehört. Was sagt das denn? Was sagt das denn? Halt ihn mit ruhig. Er macht einfach nur... Ich kann so bescheuert sein. Wie kannst du dich selber im Spiegel angucken, du? Ich habe Crocs. Was hast du erwartet? Du hast Crocs, Alter. Du drückst aber bestimmt immer den kleinen Zeh daraus, dass der rechts rauskommt. Durch dieses Scheißloch. Ich habe sogar Socken, wo jedes hier einzeln reinpasst. 10.000 Dollar kommst du da rechts. Okay, geht wieder. Jetzt muss ich mich aber erst mal einsetzen. Du schmierst schon wieder zu viel. Und er so... Halbe fantomle Oper hier, Alter. Er spielt einfach auf der Bühne. Er macht im Theater einfach Muschbett. Er macht im Theater einfach... Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich gehe mal. Komm, Vicky, du Schöpf hast gepustert. Oh Mann. Kommst du doch ins Theater weg. Ja, ich gehe jetzt wieder. Mach Platz, du Arsch. Oh ja, sorry. Was war das denn? Chef, wann gibt's Kuchen? Wie Kuchen. Ja, Kuchen. Du hast doch Geburtstag. Ja, wir haben übrigens was für Sie. Genau. Ja. Und zwar... Jetzt passen Sie gut auf. Danke. Jetzt passen Sie gut auf, okay, Chef? Aufgepasst. Einmal für Sie. Oh, danke für den Blomstrasch. Dann gibt's auch die hier. Kann ich mal fragen, wo kommt der Blomstrasch? Das ist ja zufällig von der Tanke. Halt's, Mausche. Den haben wir am Friedhof geklaut. Hier bitte, Herr. Ich bin doch für die Zigaretten. Ich bin nicht Raucher. Oh, das ist nicht. Jetzt fang an. Ich hab geraten. Und bitteschön. Was ist das denn? Ich hab auch noch was, Chef. Das ist ein Plastik-Gock. Ein Plastik-Gock. Klinger, ich hab was für dich. Nee, hast du nicht. Bestimmt. Zwei Sportzigaretten. Oh. Der hat auf einmal sind die Raucher. Guck mal, ich dachte, der raucht nicht. Das sind die ja richtig. Nicht Raucher, ja, ja. Die haben wir selbst gedreht mit Arschhaken. Ja. Aber nochmal Zug nehmen, ja? Ja, ja, zieh nochmal, Chef. Was ist das denn? Das sieht ein bisschen komisch aus hier in der Seitengasse, ne? Nein, das ist genau richtig. Machen Sie viel weiter. Enough for the walking dead. Okay, schweiß noch. Schmeckt? Ja, ich hab auch noch was. Ist das Ganja? Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Auch so lange, Miss Sepsie, ich mehr mag. Tuni, meine was, und werde trotzdem angeklagt. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ich darf so ne Musik nicht mehr an dich sagen. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ich glaub, ja, dann nutzt sie mir in die Hühne raus, weil der so wieder geht. Das ist ein Waffenling. Das sollst du doch, letzterweise. Oh ja, was ist mit Twinkie Stimme los? Das ist ja ein anderer Voice Crack. Was? Auf einmal so hoch, muss gar das Twinkie so hoch. So weine ich auch. Oh 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 oh. Das sollst du mir aber beinlos sein. Und Pissesuch. Vielen Dank. Jetzt kann man so sagen. Ach, hier hast du abgenommen. Oh, fällt's denn auf, Sepp? Ja, ja. Ja, ich hab bisschen Sport gemacht. Ich hab so ein Bein, äh, Armfahrrad. Ja, die hat zwei Tage lang richtig fest auf Fernbedingungen gedrückt. Oh, die Batterie fahrs leer. Haben wir ein Schweinchen hier, oder wer macht die? Ist das der Kicker? Nein, das ist das. Der hat nicht Snickers, der ist Chef-Kicker. Wer hat mir immer auch den Kicker? Der hat auch jeden Tag den gleich Pullover, obwohl es ganz viele Clubhunden in seiner Größe gibt. Du Stinker. Oh, die haben wir die Karte gegeben. Was? Was für eine Karte? Wollen sie die Karte geben? Ja, nee, ich würde sie mir gerne geben, aber ihr nehmt sie nicht. Ja, also Peter, nehmt die Karte jetzt. Nimm die Karte jetzt. Ja, okay, holen Sie die Bär. Ja? Ja, gibt doch jetzt. Ja. Hier bin ich ja. Ich habe versucht zu reimen. Und Montag ist Dank für die Wiese am 36. und der ist Achtung. Dankeschön für die Wiese am 40. Happy Birthday. Und 26, die Dank für die Prime. Vier Ecken soll ich Liebe trischt. Und Tatsch mal Pew Pew, danke für den Prime 18. Bist du gleich der Beste. Lieber Hase-Peder, dein Bauch wird immer Federer. Hase-Peder, dein Bauch wird immer Federer. Lest du mal vor, Ronny. Dann gib ihm doch erstmal die Karte zurück. Ah ja, hier. Ich habe nichts gesehen. Danke. Also, hier steht, lieber Hase-Peder, dein Bauch wird immer Federer. Wir lieben dich, wie du bist, Arschgesicht. Und gib uns mehr Gehalt, denn du bist jetzt alt. Und brauchst das ganze Geld nicht mehr, Pimmelberger. Alles Liebe und Gutes zum Geburtstag, wünsche dir die Taxi-Mafia. Die ging. Ja, die haben mich verschrieben. Da haben wir sogar alle unterschrieben. Ja. Und Bischau, der ist hier im Taxi. Bischau, Kölnfeld. Oh Mann, ey, danke, Lui. Ich wollte noch dazu schreiben, ich will ein Gesicht anfassen, aber das war zu groß. Die anderen habe ich nicht gefunden, haben sie Pech. Nur die Wichtigsten haben unterschrieben. Ja. Das fällt mir. Ich würde noch einen Schwanz malen. Warum hast du nicht gemerkt? Weil ich unterschrieben habe für uns. Arbeitet ihr zwei auch hier? Nein. Wir chillen hier einfach. Ach so. Weil es so nett ist. Ach so. Natürlich arbeiten wir hier. Ja, Entschuldigung, die Dame, da schwingt die Ironie so im Subtext mit. Komm auf die Liste. Was für eine Liste? Das ist dein Erkennungsmerkmal, Junge. Lüßig. Aber sie haben eine schöne Frisur, die Dame. Wie schreckst du gerade meine Frau an, Junge? Verstehe. Ja, Entschuldigung. Vielleicht zauber ich dich mal zurück in deinem Zylinder. Was ist mit meinem Zylinder? Ja, krabb hier nicht mal in den Torte an. Ach, das ist ihre Dame? Ja, sonst täckel ich dich weg. Entschuldigung, dann täckeln sie mich nicht. Stehen wir mal los. Ja, jetzt beruhigt euch mal. Ich wollte nur mal los. Du beruhigst dich jetzt. Oh mein Gott, was ist denn mit der Frau? Was soll denn das sein? Die ist voll aggressiv. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Chef, bin ich aggressiv? Absolut nicht. Gleichgewicht. Absolut nicht. Mein Körper, meine Seele, wir sind rein. Ja. Wie Schwein. So muss es sein. Das war ein Reim. Ja, der haut rein. Ach du Scheiße, schleichen sie sich doch nicht so an. Ja, die fliegen in der Holländer. Warum stehen wir eigentlich hier in der Ecke? Ja, hier ist ganz schön wenig Platz. Du redest noch Pisse. Was ist eigentlich mit Dulli-Pete? Macht er wieder auf einen Haft? Hanfrey Bogart? Oder was? Der hat Geburtstag, oder? Ja, ich weiß. Heißt das der liegt heute in der Mitte? Der fährt wie du, Twinkie. Nee, es war gut. Okay. Obwohl der Bauern kommt hinterher, dann kriegen wir den Sofa hier. Die net? War das? Komm mal kurz kurz. Nee. Ich habe keine Geheimnisse für meine Frau und meine besten Frau. Oh nicht. Ja? Oder ihr quatscht, du bist leiser. Ich habe die Messerstech heute gesehen. Nee, nee, wir haben noch nicht gekauft. So, pass auf. Ich bin dann den vorbei gefangen, glaube ich. Hat Pinot schon erzählt? Was? Ey, hast du gerade gesagt, Pinot mir was erzählt hat? Ja hier, meine ich doch hier, Pinsel. Was? Was denn? Ja, wegen der Stripper. Was denn? Hibst, er hat das gehört. Mit wem? Der hört das nicht, nein. Der ist so schreie rum. Ja, Pinselz, Mutter hast du eine Nutze. Also. Eine Lizenzerin, tut mir leid. ich weiß ja nicht mal verarbeitet hat für ein auto hat schon mal selbst auf tasche ja 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 wer sammeln die kohle nach der glücksspielsüchtige der verzockt doch alles wieder in fikiko er setzt doch wieder auf barfuß jerusalem also da kennt sich ja wer aus das hat pinsel mir alles beigebracht ich habe mich immer auf taschen bildet ich dachte samstag ist party wenn ich irgendwann mal ein mörder wert ist der holle den ich abstechen die sind alle gemein zu mir ja luper potter warum ist denn der so fies angst potter was für angst potter du kleiner dick takt du das ist mein bester freund ich dachte wir sind jetzt beste freunde ich hab zu dir gesagt ich habe beste freunde du hast freunde sein ach jetzt herauf ich bin kein penner ja ok wenn wir es genau nennen bin ich auch doch los mach ich was schon wieder eine neue freundin meine enkelin das ist doch dem horst jennifer ich will überhaupt keinen doch der horst spanferkel das ist mit der karte was ab hier haben wir ja gut hat er sich gefreut wie hat er sich nicht gefreut doch der hat sich gefreut aber es haben alle unterschrieben oder ne ich hab ihn alle erwischt den eigenen sohn hab ich nicht erwischt und den vorder will er wollte eine stripperin holen für den hasenpeter ja aber dann wäre es samstag oder ja 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 genau für samstag und das wird nein hör doch auf guck mal das wird so richtig cool wenn er da so steht und alle augen auf ihn gerichtet sind und dann kommt die stripperin und drückt ihm die brüste und den arsch ins gesicht und hanspeter ist schon richtig peinlich dann darf die sich aber vorher nicht waschen äh ist mir egal kann die machen wie die will das ist schon geklärt ich kann doch für den tanken nein warum nicht genau uns bringen dann sehen ja vielleicht kannst du mit der stripperin eine choreo einstudieren da hab ich nicht richtig einfach was sagst du denn die hast du die kohle schon zusammen äh ne wir haben doch gar keine kohle gesammelt so richtig ja ich dachte ja eigentlich dass wir das in kombination mit der karte abgeben wir kriegen doch eh Familienrabatt wegen pinseln ja hatte ich ja auch gedacht aber alle die leute machen ja egal oder pinseln ja wie gesagt 50.000 müssen wir zusammenkriegen 50.000 für den Tanz ey was geht Biggie scheiß die Blattgold oder was halbe Stunde halbe Stunde jetzt zieht dich eine halbe Stunde in den Tanz rein ja kostet aber nur so viel ist das eine stripperin ja was will die alles aufziehen kommt die in deinem Skianzug oder was ich hoffe die kommt richtig schöner Musik und dann ja Techno 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 oder Gabba oder peruanische Parnflöte oh Schnauze nö halt du die Schnauze das kann man auch netter sagen immer zweimal mehr wie du ha 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 guckst du Viva oder wat du Boomer ja ja mit deiner Hände werbung die Schnauze ruf mich an ruf mich auf mein Handy an Chef der Holländer hat was geplant was denn darf ich nicht verraten aber es wird schlecht ja der denkt er ist lustig ich bin immer lustig eigentlich ist es so eine 0815 Planung für jedermal sie kommen bestimmt drauf Chef sie kommen bestimmt drauf sag mal Twinkie warst du beim Friseur ja natürlich natürlich voll sicher ja alles klar wie geil das meine alte ne ich bin hier falsch warte ich guck mal wie es hinten rum aussieht ok Hoses there is that booty ach du bist doch nur eifersüchtig es ist nur ein ich bin hier du halbes Hähnchen du ach du halbes Hähnchen du ach na mal Jenny woher hast du die Brille äh aus dem Laden wieso sag jetzt findest du die Scheiße ok findest du die Scheiße findest du die Scheiße ich hab noch ein paar andere dabei ok jetzt einmal guck mal ich kann die nicht mehr ins Gesicht kommen und danke für den Prime-Elfen und bleib Dankeschön für den mega cool warte 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 Arsch abschecken äh ja doch und ähm jetzt brauchst du nur noch einen Mantel und die hier damit bin ich nämlich übertrieben krass schlau wo ist sie denn versorst dazu die Mietermann ich schaust wie eine Erdkundelehrerin hallo hallo sind sie im Flugzeug ne gerade nicht wir wollten doch Urlaub fahren heute ja ähm ja was genau wir haben schon unser Koffer geparkt ja das können wir nachher auch machen es gibt gerade ein paar logistische Probleme bei der Polizia ist niemand zu erreichen und warum wollen sie ihn sonst in Gefängnis stecken? weißt du das hat doch nichts mit Gefängnis zu tun warum rufen sie die Polizei? ja weil wir Kontrolle brauchen für Ein- und Ausreise halt um das denn? ja weil die bescheuert sind ich hab keine Ahnung laden sie doch einfach wieder oben wie oben? oben in der Wüste ja da müssen wir trotzdem Kontrolle machen da ist doch gar keiner ja das interessiert die aber nicht so die sind halt die denken sie sind was besseres ah wie lange ist denn der Urlaub? ja weiß ich nicht wie lange wollen sie den Urlaub machen? also Samstag ist die Geburtstagsfall von meinem Chef ja das heißt am besten heute oder morgen wieder zurück ähm ich war noch nicht ich weiß nicht was ich sagen soll wir können ja erstmal einen Kurzurlaub machen von einem Abend oder so wir können doch einfach nur einen Rundflug machen alles wird alles 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 gut soll sich einen Arzt rufen? äh hallo? ja ähm ja ok aber was mir grad noch einfällt was mir grad noch einfällt ähm ja Mietfrage ja Mietfrage genau aber ihr wart doch auf der Suche oder so ihr habt ja gesagt du Hausenmeisterzeug wollt ihr ja auch machen oder? ja ok dann hätten wir eventuell noch ein anderes Zuhause für euch ich hab nur nicht rausgefunden wo ich ein Rasenmäher bekomme ja dann hätten wir eventuell noch ein anderes Grundstück für euch ja das könnten wir uns nachher auf jeden Fall noch angucken und was sollen wir da machen? ja vom Prinzip her gucken dass da keine keine Reckenpanner parken bisschen Rasenmäher und gut ist haben sie den Rasenmäher? da wo da? hier? ja jetzt ja da irgendwo ja wo? ich muss schon wissen wo der ist ja den besorgen wir dann oben vor Ort dass wir den da vor Ort haben also Pinsel und meine Frau Twinkie suchen noch einen Job in der Gärtnerei wir können aus dem Busch auch Tiere machen mit der Hände ich dachte der Busch muss weg ja aber man kann ja einen Pelikan groß machen oder so ja aber was würde ich mit einem Pelikan? streicheln der Busch muss gestreichelt werden ja wir müssen ihn lieb haben auch im Regen wenn es nass wird ok ich muss auflegen meilen sie sich Herr Juri ja ich meinte später ich bin auf Abfahrt bereit der im Koffer schon gepackt ok ja ich rufe sobald ich was weiß ok ja bis später müssen wir Essen und Trinken mitnehmen oder haben sie auf ihrer Insel auch Essen und Trinken wir haben auch ein bisschen was vor Ort aber vielleicht wäre ich für unterwegs für den Flug nicht schlecht was mitzunehmen wie lang dauert der Flug? ach so so 15, 20, 30 Minuten ich weiß nicht wie der Wind ist Wind ist gut, kommt aus dem Norden ja dann brauchen wir ein bisschen länger ja dann brauchen wir ein bisschen länger weil dann haben wir Gegenwind ok wir sind dann bereit wir warten alles gar nicht alles gar nicht ich ist mein Freund Pinsel auch müllt? äh wie muss ich mich zu Lava gleich mal fragen und was er dazu sagt aber das kann ich klären oder sind sie so arm dass sie nur ein kleines Flugzeug haben? wir sind mit dem Privatwerk unterwegs sind sie arm da Juri? nein nein ok dann Twinkie und ich erwarten den Anruf dann ja da 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 ok dann bis später bis später bis später wie schaut's aus? ich hab boah ich bin ein echter Geschäftsmann ja ähm die kriegen grad kein Einreise-Dings weil keiner von der Polizei sich meldet ui der meldet sich aber und die haben einen Gärtnerjob für uns einen Gärtnerjob? ja ui dann können wir wieder schneiden in den Busch ja machen soll dich glänzend ja genau ja warte 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 wir sollen nicht im Urlaub arbeiten? nein nicht im Urlaub ok danach irgendwann mal ich wollte grad sagen ich hab dem gesagt wir sind schon auf Abruf bereit wir haben schon einen Koffer gepackt nein haben wir nicht aber ich hab einen Unterbottom ähm ja? ist doch egal ne du bist so ein Lügenhase ich bin kein Lügenhase doch doch nein sag das bitte nicht Pudding-Teutchen ok geh 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 komm her komm 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 weißt du noch als wir geklutscht haben und unsere Zungen sich verknotet haben? und wir eine Woche so einkaufen mussten und alle dachten wir sind sehr willensche Zwillinge ja ja das ist doch lustig ja ich erinnere mich ja du bist doch ne innerbärge ja ja sag mal hier sein Gütchen der ist eigentlich nicht mehr unser Freund ich besorg den Job ja grad hat der schon wieder von seiner Reise erzählt wie er auf den Berge gekommen ist Penzel komm mal kurz ja ich hab uns noch nen Job besorgt wo? als Gärtner Gärtner ja und du darfst mit dem Urlaub fliegen wann? heute wo? Urlaub in Mallorca? ja bist du dabei oder wieder was? bist du dabei oder nicht? ja oder bist du mit deinen neun besten Freunden unterwegs? oh ich wusste dass ihr Papageis seid ach komm wir denken was wir denken wir denken ziemlich gleich ja also eigentlich ich hab das schon gesagt komm mit mir ins Abenteuerland ihr seid meine besten Freunde aber ich habe auch noch Alejandro das ist aber nicht dein bester Freund ich dachte der mit dem Zauberhut der Putter der da hinten der jetzt mit Jennifer aufholt nein das ist Lupe ich sitz hinten den kenn ich seit drei Tagen oder zwei ach und dann hängst du schon so mit dem ab aber auf unserem Handy rufst du nicht immer an ne? das rufst du nicht immer an du hast dich echt verändert du hast dich echt verändert du hast dich echt verändert du bist so ein dummer Penner geworden wow ich hasse dich man ich hasse dich wow ne das bricht mir das Herz du fahrt allein in Urlaub du fahrt allein in Urlaub genau wir haben die letzten Tage nur gehalten nur gehalten haben wir die letzten Tage du bleibst jetzt hier ich hab jetzt drei Tickets gebucht ok du musst mitkommen du bist ein Schnurrer na klar kommst du mit ja ich hab schon gedacht jetzt darf ich nicht ja wo bleibt ein Dankeschön das kennt er nicht das ist ein Stadtkind der ist asozial ich bin Waldkind finden sie was anderes als so ein Schlüssel für ein Food Truck da hinten? als ob der ein Schlüssel da fährt der würde alles rausklauen ja ich krieg keinen als einziger Mitarbeiter hab ich keinen ne wir haben auch keinen ich weiß auch nicht warum dann muss ich aber dann ja lass uns lass uns rumfahren wir können doch schon mal unsere Koffe packen folgendes eine Sache ok was warten warten also wir gehen in der Schule ich seh ja nicht umsonst aus ich hab heute mich um die Stadt gekümmert heute Mittag und morgens und zwar hab ich versucht Falschparkern so abzuschleppen kommt da noch ne bessere Story? ja und dann war ich an dem Auto da waren drei Pistolen drin drei alle geklaut ja aber jetzt hab ich erfahren ich war kurz davor einzuschlafen ey aber jetzt kommt die Wende guck geh erzähl weiter was für ein Plotwist Wumms Wumms damit hätte ich einen nie gerechnet Wumms auf jeden Fall hoffentlich steht mein Lieblingshaufen ach man das soll die man bei mir jetzt Flicks einreichen Hilfe ich werde gepowert was siehst du? gepowert? Nein, mach ich nicht gesagt. Du baue dich gleich richtig, mein Freund. Ich baue dich gleich auch. Auf dem Mond. Paul Wenscher. Erzähl weiter, heute noch. Komm, erzähl, das war so spannend. Ja, hab drei Knarren. Ja, du meinst, du hast eine, wir haben drei. Ja, also ich habe jetzt vier. Viel Spaß, Hochleistung, Schöner. War ja nicht unterwegs. Was machen wir damit? Weiß ich nicht. Kannst du gerade Peter verkaufen? Ich habe vier, aber das Problem ist, ich weiß, wie die gehören. Wie denn? Den Kiez, und das ist vielleicht schlecht. Wer ist das? Die Assis. Die sind die Gangster-Assis. Leg dich vielleicht mit den Assis an. Jupp, ich wusste das nicht. So krass scheinen die ja nicht zu sein. Ich habe noch nie was von denen gehört. Ich habe nur von keinem Assis was gehört, dass die irgendwie cool sind. Doch, der Ding, Tyrone. Ja, und die Maxis waren auch ganz nett. Ja, und Ringo ist auch cool. Gofield ist cool. Da müssen wir auch noch hin und die Geister ausreiben. Ich habe eine Idee. Ja, aber das wollten wir schon vor Wochen machen. Ja. Aber wir können doch mal wieder essen gehen. Ja, auf jeden Fall. Oh, das Essen ist künstlich. Bevor du Ärger bekommst, kannst du das zurückbringen. Vielleicht kriegst du einen Findelohn. Ja, das könnte ich... Und riskiert auch funktionieren. Dann kriegen wir Geld. Also wir kriegen Geld und... Aber wenn gar keiner... Wenn keiner danach fragt, behalten wir die. Und dann teilen wir natürlich drei, oder? Du gehst da hin und sagst, ähm... Du sagst, du hast es geklaut und... Und das wieder zurückgehen. Dann schieße mich ab. Ach, Quatsch. Nee. Die denken, die deutschen Leute denken immer nur ans Geld, Geld, Geld. Die sind sauer, wenn die was verlieren. Guck mal, Hans-Peter hat über 20.000... Äh! 20.000 Euro gekriegt. Aber... Harry Potter! Ja? Hab ich doch gesagt. Hat er suchst und mein Dreifälle gekriegt? Okay. Bring mir besser zurück, Pinsel. Meinst du? Ja, ja. Aber ich hab's gefunden. Du hast geklaut, nicht gefunden. Jo, der hat falsche Park. Du kriegst gleich, Jo, ne Fresse, Jo. Rett nicht mit mir als Weston Gangster. Jo. Du kannst Jo gesagt. Na klar hast du Jo gesagt. Du hast so viel Pricking Bad geguckt. Ach, ja stimmt. Du sagst, sie picken mir noch um Jo, Bitch. Nee, bei der Kurs soll ich euch gerade. Du solltest die auf jeden Fall zurücklegen. Und du kannst sicher nicht eine für mich zurücklegen. Was? Hast du gerade geschwinkert? Ja. Ich hab's versucht. Also die zwei Pistolen, die du gefunden hast, solltest du auf jeden Fall zurückgehen. Ja? Die eine meinst du, weil... Nein, zwei. Eine war das, ne? Zwei. Ich brauch auch eine Verteidigung. Dann eine. Dann hast du nur eine gewonnen. Und was ist mit Alejandro? Die eine kriegen wir Geld. Alejandro kennen wir nicht. Ach so. Den lernt ihr noch kennen. Der muss erstmal unser Freund werden. Ja, der ist toll. Ich will dich noch sehen. Wartet ab. Den kenn ich schon seit dem Sandkerlchen. Seit drei Tagen? Ja. Weil ich da bei der Kita war. Haha. Haha. Dann bring die zurück. Vielleicht du schon wieder behalten. Los, wir machen uns los. Wir bringen sie zurück. Ja, wir müssen einen Koffer packen. Ja. Sagen ordentlich Kohle dafür ein. Wo müssen wir denn hin? Ach da. Ich will auch so noch. Gott. Ich glaube, das gehört hier euch. Das ist unser Auto. Hey, ihr habt meine Freund gerammt. Gar nicht. Guck doch mal. Das ist unsere Freund. Ich stand zuerst da. Gar nicht. Wir standen zuerst da. Hä, die ist tot. Das war gemein. Kann ich denn nur noch mal? Wann schlack die Scheiße hier zusammen? Die haben mich geahmt. Der ist doch als Judy. Aber ich zahle das nicht, ne? Das müssen die zahlen. Hä, wieso? Hier ist doch nichts. Hättest du nochmal angedecht? Ich habe schon damit gerechnet. Weil der so provoziert hat. Da hätte ich 100 Kraft verwettet. Gute Nacht. Erholsam Schlaf. Und Faith, danke für den Wissen. Okay, okay. Wohin müssen wir denn? Und Saul, danke für den Wissen. Wissen? Wohin müssen wir denn? Ja, wir bringen die Knach weg. Ach so. Die eine, meinst du? Ja, die eine. Na, dann müssen wir zum Parkhaus bei Söge Kahrs. Parkhaus bei Söge Kahrs. So, Schnabby machen? Ja, bitte. Parkhaus bei Söge Kahrs. Na, wie ist das schon an? Ach, da wo dein Ding ist, ist der ja. Wo dein Auto steht, ne? Ja. Du kennst den ja. Ja, ich war schon da. Wir kennen das beide. Ja, ich war schon da. Ja. Ich habe so viel Essen hier. Das ist alles abgelaufen. Oh, das war doch... Guck mal, der ist schlecht. Das ist auch schlecht. Das ist schlecht. Twinkie, ich tut zwei Kinderkantri im Handschuhbach. Ja, okay. Aber schlecht. Die sind alle schlecht. Möchte jemand jetzt mal so ein Eis probieren? Das ist von euch. Das ist doch gut. Chiginagi oder Kaukwappen? Was willst du? Chiginagi. Und ich tue ein paar Kekse im Handschuhbach. Wer ist das? Dass ich da jemand ausruhen will. Hast du gekriegt? Ja. Und da? Kaukwappi Eis. Oh, du müsstest tauschen. Was tut Kaukwappen Eis? Was soll ich denn mit dieser Ekelscheiße? Probier es ja jetzt mal. Du wirst es lieben. Man kann doch Kaukwappen nicht essen. Hallo Judy. Was sind denn noch keine... Was gibt? Äh, Frösche. Oh, habe ich gerade richtig geschluckt. Hure. Ein Bambam. Au, jetzt habe ich mich so geschnitten. Ich muss zu einem Bankautomaten. Ich habe den ganzen Umschlag vor Geld bei. Ein Bankautomaten? Ja, fahr erst mal, fahr erst mal. Weiß hier, wie krass ist doch einer. Stimmt. Hallo Judy. Nee, nee, ist rot. Ah ja. Okay. Aua, ich habe ihm die Zunge geschnitten. Geschnitten mit was? Hast du so einen abgebrochenen, kaputten Cola-Zahn, der scharf ist? Aua. Es brennt wie Feuer. Ich halte es immer müde. Ich mache die Leute schlafen. Timmer. Boah, Timmer Ranger ist so geil, ne? Lalalalalala. Lalalalalala. Boah, wir könnten eine Oper machen, anstatt eine Boyband. Das können wir auch machen. Boah, ist das dein scheiß Ernst, dass du bei Rote hältst? Ja, was denn? Bruder, ich habe keine Coins mehr. Ich habe alles ausgegeben. Also ich habe einen grünen Pfeil an der Ampel. Hallo, Chat, hat jemand gilt, wo es Coins ist? Danke. Das Eule, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Hallo, Willi. Wo ist der Lörd? Da, er kommt da. Danke schön, Eule. Wo bin ich? Vielen lieben Dank. Kommst du meinem Haut- und Schnurrmobil? Hallo, Kass. Bye-bye. Irgendwie ist es gar nicht mehr so geheim. So ein Geheimnis, weil jeder kennt es. Au, oh mein Gott. Ich glaube, meine Zunge. Was ist mit dir? Zeig mal. Äh. Guck mal. Und die Schnitten. Da hat nur da so kleine Pickel drauf. Aber ist ich Hunger? Ja. To viel. Nein, geradeaus, Twinkie. Geradeaus, Twinkie. Und dann links. Und dann links. Links, 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 links. Tanze, bitte, Dankeschön für den Prime, 25. Habibi. Au, oh Gott. Nein, nicht jeden Fallstuhl. Kennst du das, wenn man so einen kleinen Pickel auf der Zunge hat? Das ist schlimm. Ja. Aber jetzt habe ich einen Schnitten auf der Zunge. Au. Loser. Ja, tippt's um. Geh weg. Hm? Hm? Wie, geh weg. Was? Ich bin nicht mal rübergerutscht. Oh Gott, guck dir diese Schrottkarre an. Der arme Pinsel. Auf dem Erdbefett, der Ärmste. Oh nein. Welch schrecklich. Du hast dir die ganzen Steinschläge an. Der wird richtig lange. Ja. Oh, du Gott. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf. Ähm. Ja? Ich habe die eine jetzt dabei. Ja. Und jetzt? Kommt da noch was? Kommt da wieder ein Plottwist oder so? Ja. Was ist mit dem anderen Zeug? Ja, das wolltest du doch Ding. Du willst doch preisen. Was? Ah ja, Twink. Ja, hol dir eine raus. Oder warte, ich gebe dir die hier. Oh. Ja. Mein Name hat deine Polze gesehen. Oh, das gehört doch nicht. Hier. Twinkie. Ach, komm. Das aussieht ein Waterfall. Das sieht so aus. Voll süß aber. Kleine Grübchen am Pol. Und ein paar Haare. Ja. Sehen aus wie Spinnenbeine. Schwarz. Und dick. Das aussieht wie ein Spinnenbein. Okay. Der Hoteck nun. Wo müssen wir jetzt sein? Ähm, beim Kies. Wo ist das? Oh. Da, wo es die Erdbeerfeldkarren gibt. Wo gibt's die? Ähm. Beim Bauhaus? Ja. Southside. Beim Bauhaus. Southside Bauhaus. Keine Ahnung, was du meint. Nein, ich auch nicht. Sag einfach, wo lang. Ähm, umdrehen. Umdrehen. Wir wollten das Auto noch lackieren lassen, ne? Ja. Rani, du wolltest das so lassen. Ja, wir wollten das schon dreh rot machen. Was? Du musst ja rechts. Ja? Ja. Okay. Gang grad aus. Gang grad aus. Bisschen war rot gefahren. Ich dachte, du hältst. Das war nicht rot. Das war grün. Oh, Kirschgrün. Die ist auch grün. Oh, scheiße. Wurden wir geblitzt? Nein, alles gut. Boah, wir haben die Schallmaul durchbrochen. Ich hab das sehr gut gehört. Der hat hohen Ping. Erzählt nicht. Ah, das gibt irgendwann Urlaub. Irgendwann ist es so weit. Jetzt gelingt es. Jetzt gelingt es. Aber gehen wir sprechen so. Ich soge manchmal. Da wird abgeflippt. Und da, ja rechts. Rai aus. Rai aus. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Ist grün. Ja, jetzt wird's grün. Jetzt war rot. Nee, war gelb grün. Du hast gleich gelb-grüne Augen. Links. War das eine Gewalttronung? Nein. Oh, hier sind Klacking-Bellen. Umdrehen. Umdrehen. Sag mal, was bist du denn für ein Navi? Ja, langsames. Ein entspannendes Navi. Einmal rechts. Oh nein. Oh doch, da ist es. Oh, oh. Das ist aber gefährlich hier. Die denken bestimmt, wir machen Drive-By. Ja. Ja. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh, oh, oh. Da stehen sie schon im Kreis. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mach Fotos, mach Fotos, mach Fotos. Wir fragen, ob sie eine vermissen. Entschuldigung, seid ihr der Kiez? Nee. Was sind die gar nicht? Pinsel, du hast gelogen. Äh. Watt? Äh, Kiez ist irgendwo Westside. Müsst du mal gucken. Und was sind hier? Äh, wir wohnen hier nur. Aber normalerweise sind hier Hustler. Okay. Okay, alles klar. Dankeschön. Ey, yo, kein Problem. Könnt ihr mir vielleicht nicht genaue Wegbeschreibungen geben? Kein Plan. Ich weiß nur, irgendwo Westside. Oh, okay. War das nicht an der Tanker? Keine Ahnung. An der Tanker. Ja, gucken Sie mal, äh, äh, Little Zow Tanker. Da stehen so viele, äh, Fahrzeuge. Ich glaube, da, äh, wohnt der Kiez. Danke. Danke, hey. Westside, Westside Waffenladen neben Weasel. Okay, danke. Okay, dann bei. Tschüsschen, mit Tschüsschen. Bin du was gelogen? Wieso lügen? Was gelogen, du Arsch? Du hast uns in den Skeletor geführt, wir wären fast abgeknallt worden. Ja. Die waren erstens in Spannend, zweitens hab ich von... Die haben die Zähne gefletscht. Aber bei denen hab ich doch die... Ja, und geschirrt haben die auch. Bei denen hab ich doch die Knarre geklaut. Ach so. So, jetzt müssen wir erst mal... Warte, bei denen war das? Ja. Jetzt müssen wir da nochmal hin, du Idiot. Hallo, Willi. Die denken, wir wollen nicht verarschen. Wie, wir müssen dich retten? Oh. Der Holländer? Nee, den retten wir nicht. Willi, was soll ich tun? Nein, den Willi aber. Ach so, ja. Ich bin im Würfelpark. Ich bin schnell zum Würfelpark. Anders... Was? Okay. Jetzt müssen wir ja nochmal hin, Pinsel. Ja, großartig Pinsel. Okay, schnell zum Würfelpark. Ich bin sterben genug. Trink, du hast einen Tampon dabei? Äh, nee, wieso? Du hast doch bestimmt was in deiner Hand, ich muss Nase schnufen. Hm, ja, hier in Taschendur. Danke. Komm raus! Komm, Pinsel, der ist bestimmt auf der Tüte warm. Hier auf der Seite ist, Willi, hat er gesagt. Ach! Oh. Warum machst du den Motor im Haus? Naja, um die Umwelt zu schonen. Ach so. Hier links muss er stehen, ne? Da steht er. Wo ich seh keinen. Da ist ein Bankautomaten. Oh ja. Lass mich kurz rüber. Danke. Bitte. Ja. Hallo. Mach auf, weg hier. Was? Mach auf. Ist doch raus. Ist doch raus. Was ist denn dein Problem? Nein, ich saß hier auf der Seite, Willi. Komm, der Holländer kommt. Der Holländer kommt. Rauf. Schnell, Willi, komm. Der kommt, der kann ich schon fast berühren. Schnell weg. Wir müssen ins Ghetto. Wat? Ja. In der Ghetto. Der Pinsel hat nämlich eine Knarre geklaut. Wie? Wie machst du Licht an? Und wieder ausgemacht. Ich will nicht da wieder hin. Wohin? Was ist denn passiert? Ich auch nicht. Das ist jetzt voll peinlich. Das ist richtig peinlich. Wollen wir die nicht einfach anderen Leuten verticken? Du willst die jetzt zurückgeben, oder was? Ja, eigentlich schon. Wir waren da und wir haben nach einem Kies gefragt. Ja. Aber da wohnt der Kies gar nicht. Und da meine Pinsel, aber das sind die, wo ich die geklaut habe. Stopp. Das ist gar nicht der Kies. Stopp. Ich hab die Waffe verloren. Hä? Was? Oh. Nichts. Ich hab noch nicht jemanden gesehen, der ist doch. Scheiße. Ja, wollen wir die einfach anderen Leuten verticken? Ich bin doch links, ja. Aber wieso hat ich die in der rechten? Welche Leute könnten Waffen gebrauchen? Kriminelle. Kies. Der ranget seine Freunde. Oder Hasenpeter. Hasenpeter kauft auch Waffen. Ja, dann... Aber das ist sein Geburtstag. Jetzt bringt die... Stimmt, der will die heute umsonst haben, weil der Geburtstag... Nee, nee, nee. Dann kriegt der für sein Geburtstag den doppelten Preis. Nee, dann fragen wir erst mal bei Ransicht seine Freunde. Da links steht so ein Gangster. Lass den fragen. Wo? Am Klamottenhauen. Okay. Ey, das ist doch kein Gangster, oder? Oder? Äh. Das ist ein Homeboy, der kifft. Jo, bist du Gangster? Er nickt. Entschuldigung. Hallo, sieh mir der Sportzigarette. Hallo, hören Sie mich nicht. Trink, pass auf. Hallo. Was denn? Hallo? Bist du zu sehr geflüstert? What up? Willst du eine Knarre kaufen? Eine Knarre? Ja, Mann. Soll ich damit? Weiß ich nicht. Was siehst du? Gänster? Aber ich brauche nur eine Knarre, die ist doch gefährlich. Was gefährlich? Hier, die Gegend. Ist du kein Gangster? Oh, der Holländer ruf mich an, weil es nicht tut. Nicht auf, leg auf. Okay, bitte verrat uns nicht an die Polizei. Und auch nicht an den Holländer. Ja, machen wir. Easy. Ich will auch rein, Alter. Ja, oh, peace, peace. Peace out. Wir sind am Koffer packen. Was? Das ist was Illigars, was wir tun, ne? Ich will nicht ins Gefängnis. Ich will nicht auf die Insel. Scheiße, scheiße. Urlaub. Schnell weg hier. Warte. Ich mach nichts Illegales. Warte mal. So. Wir werden fast zum größten Waffen-Waffenhändler geworden. Scheiße, ich hab schon was Illegales getan. Was denn? Ja, wie viel kröchelt die? Warte mal, stopp. Die Waffen sind legal. Die Daten verkaufen. Ja, warte mal. Oh, da hatte der... Ich hab doch schon was verkaufen, das war Illegales. Äh, Tyrone, wo bist du? Äh, willst du was kaufen? Willst du was verkaufen? Wie kriegen wir es hin? Was? Okay. Ja, wir haben gedacht, wir denken erst an die korrekten Leute. Bevor wir der Konkurrenz das verkaufen. So was musst du sagen. Okay. Okay, Entschuldigung, mal nur ne Frage. Ja, wir machen das. Okay. Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid, dann gucken wir mal. Verragen wir jemanden auf der Straße. Nee, hab ich nicht. Ich weiß, wo wir sonst fahren können. Ich soll fragen, ob wir Geld dazu bezahlen. Also BOM wird nix kaufen. Oh, die sind doch auch nette Leute, oder? Du, die können grad nicht. Ich frag's später. Wem telefonierst du? Leg jetzt auf. Ich hab nicht gedacht, das ist doch schwer, was wir zu verkaufen. Wieso der Feier am Samstag? Warte mal, hier. Der Holländer nimmt meine Powerbanks, sonst ist das Handiglich leer. Danke, Willi. So, ich soll fragen. Leg doch einfach auf. Ich soll nur fragen, ob ihr Geld dazu bezahlen für eine Stripper. Nein. Mann, der soll nicht nerven. Nee, die wollen nicht bezahlen. So, das stimmt nicht schlechter. Sorry. Den nimmt ihr eh nicht, oder? Jetzt ist er traurig, wird er genervt. Wer soll die Klappe halten und nicht nerven? Willi, guck mal, ob ich die Hand hab. Da ist sie in den Ahren. Ey, bist du bescheuert? Wenn es stinkt, weißt du es. Die knarren nicht am Kopf. Pinsa, bist du dumm? Ich hab's denen in deinem Kopf gehalten. Du hast den Willi nicht am Kopf gehalten. Ich hab's genau gesehen. Wurrunder. Nein. Als wenn die... Oh Gott, der Haar länder ruft da. Mein Gott, Alter, was ist mit dem? Junge, wo ist dein Schnaiper, Alter? Hat er ein Fernglas in der Hand? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der Ronny, ich soll dem grad helfen. Deswegen bin ich grad mit dem unterwegs. Sind das Gangster? Ja, ist der Ray bei dir gewesen? Das stimmt keiner. Doch, der Ray war doch da. Soll ich Lisa fragen? Ruf du mal Lisa an. Okay. Ja, dann wenn der Bishop nicht da ist, ist es kacke. Der hat die ganze Kohle eingesammelt gestern. Twinkie. Ja, warte doch, er telefoniert. Twinkie. Ja, dann wird von dem Geld, was der eingesammelt hat, halt, äh, das organisiert. Aber wenn der nicht da ist, ist scheiße. Twinkie. Der telefoniert doch noch. Ja, ich versuche es nochmal bei dem. Twinkie. Nee, der hat mich auch schon gefragt, wo der ist. Oh mein Gott. Ich will nicht auf, du. Ich will nicht auf, du. Ja, ist ja okay. Wir gucken mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Okay, ja, ich ziehe dem Ronny. Ja. Ja, gut, dann, das ist ja, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Welch Wunde? Ja, ja, das ist scheiße. Okay, mach ich. Tinker, Päckchen. Ja, okay. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Ja, dann müssen wir da hin mit der Stripper. Hm, soweit ich weiß, MDK, ja. Ich hab glaube, in die Jugendlichen von mir. Keine Ahnung. Und Krabottgedankchen für die Wiese. Ach, ich weiß auch noch von nix. Wahrscheinlich werden wir die heute noch sehen. Ich freu mich drauf. Ich war da noch nie. Ja. Nicht mal im Online-Modus. Ja, okay. Ja, noch. Ich... Ich... Ja, wir fliegen auf so eine Insel. Oh Gott. Scheiße, ich hab ne Fleischhunde in der Zunge und's juckt und's so leh. Salz drauf. Ja klar, dann mach mal Fleisch da drauf, aber... Nur leckern deine Leckmuschel. Die hast du da bestimmt noch in deiner Hosentasche. Voll los. Wie sehr schrecklich ist das? Ja, ich immer nahe, Mai. Oh, warte mal, wenn ich das grad höre... Besser als der Maik mit seinem Gekotze. Ja, das ist räulig. Wenn ich das grad höre... Oh, oh, ich muss mich mal... Ich merke mich mal bei Jutta. Ja. Ich hasse den Jutta. Ja. Ich hoffe, dass er stirbt. Oh, 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 oh. Das ist gemein. Ja, das ist ja echt gemein. Das sagt man nicht. Tut mir leid. Ja, das verzeihen. Verzeihen dir. Will ich auch rufen. Wenn nicht. Weißt du noch, wo die Bohnen-Twinkie? Ja, komm. Wo fahren wir eigentlich hier hin? Wo fahren wir? Ja. Ah, hier, guck mal. Kennst du den Ball noch? Ich bin zufrieden. Ich bin nie zufrieden. Ja, kennst du den Ball? Welcher Ball? Da oben auf dem Holzhütchen da. Nee. Ja, der Blödmann. Da wollte ich das Ding abmontieren. Unten die Schraube lösen. Was macht der Holländer? Fußball. Und tritt mir voll in den Nacken. Und ich musste das Krankenhaus schwer verletzt. Ja. Da sieht man, weil das die Holländer kämpft. Typischer Holländer. Weißt du, das war der Moment, ihn abzustechen. Und du hast ihn nicht genutzt. Ja, wieder nicht. Ich hatte voll Schmerzen. Ich lag da. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich saß unten auf der Bank. Ich habe meinen Arsch abgelacht. Ja, danke. Ja, wie du auch geflogen bist. Fahren wir ein paar Erdbeeren sammeln? Der fang zum Klingo. Ja, wir können vielleicht nur eine Waffe gebrauchen. Klingo? Die wohnen hier. Auf dem Feld. Ich glaube links, links, links. Ja, links, links, links. Ach hier. Die sind fett im Erdbeeren-Schiff, ne? Guck mal. Ist wie Candyland hier. Hört ihr das? Das sind die Mexikaner. Die Mexis hier. Haben Sie hier? Ich habe einen Helikopter. Oh, haben Sie da? Ich wollte gerade sagen, ich höre einen Helikopter hier. Ging's da? Oh, oh. Ich glaube, wir kommen zu einem schlechten Zeitpunkt. Oh je, ja. Ich sehe es. Oder? Ich höre nur was, ich sehe nicht. Ne, da hinten rennen sie. Da oben auf dem Berg. Wanden gerade ein paar Leute. Rechts. Oh, oh. Oh, oh, das darfst du denn nicht schwennen. Was sind die Reingraten? Da steht auch einer. Oh, oh. Hallo. Hallo, friendly. Friendly, wie friendly. Seid ihr gerade auf der Flucht? Sollen wir so tun, als hätten wir euch nicht gesehen? Ja, können wir auch gerne so tun. Dann könnt ihr gerne weiterfahren. Okay, sind die Maxis zufällig da? Weißt du das? Wer? Ich bin von den Maxis. Du bist von denen? Ja, ja. Ist der Kringo da? Jo, der ist irgendwo dort vorne. Rentt ja rum. Keine Ahnung. Ansonsten am besten stellt ihr euch kurz unten bei den Silos hin, wenn ihr irgendwas Dringendes von ihnen wollt und wartet da. Wir warten im Geisterhaus, oder? Ansonsten würde ich euch empfehlen, in einer Stunde oder so nochmal wieder zu kommen. Alles klärchen, Bärchen. Dann viel Spaß noch. Ebenfalls, ciao, ciao. Einmal hin. Was geht denn hier? Der ist aber locker geblieben. Warum hat er mich ignoriert? Der hat nur Augen für dich gehabt. Ich bin ja auch eine hübsche junge Dame. Ja. Oh. Ähm, der ist übernackelnd. Ich bin mal ein bisschen mehr Pran mit mir. Okay. Ich bin eine geile Sau. Oh mein Gott, der hat auf uns geschossen. Fahrer. Oh mein Gott. Jemand hat auf uns geschossen. Quatsch. Doch. Heiß. Hab ich das nicht gehört? Ne. Aber nicht auf Ohren. Es wurde auch wirklich geschossen. Hilfe. Was ist denn hier los? Wo wurde die geschossen? Die haben wir verlassen. Fahrer gerade aus dem Verlassen des Gebiet. Von hinten wurde auf uns geschossen. Die haben wir auf uns geschossen. Du Scheiße, was ist hier los? Was ist denn hier ab? Ist mir alles zu viel? Ich habe gar nichts gehört. Hat der Schalldämpfung? Beruhig dich. Twinkie. Du hast doch kein Ohl dafür, Pinsel. Twinkie, alles gut. Beruhig dich wieder, Dicke. Was? Ähm. Was ist das? Entweint die? Ja. Hört sich eher an wie eine Oper. Los, Pinsel, dein Einsatz. Auf uns wird geschossen. Wir sind knapp im Todentgang. Oh, du bist mir auch traurig. Ist du bescheuert? Warum schlägst du Scheibe ein? Nicht in den Wald. Was? Was? Haben die alle in die Haar laufen? Man, ist die mit euch. Die Scheibe gerade kaputt gegangen. Der eine sagt, hier wird yubalad, der andere sagt. so viel hast du nicht gehört und geschaffen wurde vielleicht beim schalldämpfer nicht für schalldämpfer ja keine ahnung meiner kohle der einheit der sagt ist auch erst später eingeschlagen die kugel gerade was habt ihr für ohren alter kann nicht so vor der laute knall wie gönnt ihr das nicht hören das war ein busch ambush ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich glaube wir waren kurz vor dem wald ich habe mir einen geist kommt immer hier der verstorbene geist und wir haben ihn gesehen punkt elf oder was mit danach ja warte mal dass eine pistole dabei ja noch mal durch die polizei berger und dann fängst du an es rumzuschießen was macht man aber nicht kranke sau wegwollen hast du von der jutta die tabletten gefressen das habe ich gehört ne entschuldigung ok manchmal geht der teufel mit mir durch ehrlich die stadt hat mich verändert wenn man so lieber kerl du bist eigentlich immer noch ein lieber kerl ich hab immer so aus eigentlich auswärts habe ich immer ach komm da stehen sie wieder komm wir fahren ein paar lucha ja komm nein nein ich mach nichts kriminelle apropos lucha du wolltest doch lucha haben ronnie ja ich glaube lucha wo fahren wir hin weiß ich nicht geht es hier nicht wieder in die stadt ich hab ihn nicht getraut wieder auf den highway aber wir müssen mit gringo reden ja aber in der stadt laufen da ist ein helikoppt laufen ding wo? rechts von uns auf dem hier oben ach ja sollen wir drauf schießen? einmal damit fliegen einmal fliegen das wär schön ich will drauf schießen nein von hier sieht das echt kleiner du musst nicht ok wo geht es denn hier lang kann man hier nicht in die stadt ich glaube hier geht es auf den highway nach white city oh ok dann wollen wir ja nicht noch mal hin wir waren doch nie da ich war einfach kurz da du warst mal in white city ja aha wann denn da hattest du schon ein bisschen was her ne vor unserer zeit ja ja vor unserer zeit als du noch deine strandfigur hattest ey komm ja zieh doch jetzt auch noch wollte grad sagen hallo Big Shack es geht wo da ok wohin geht es zurück in die sicherheit oh mein Gott wir geben uns ein bisschen Getreide ab ich weiß nicht das ist doch keine so aus und das nicht das sind doch Mehl-Silos du Idiot ja was machen wir da? oh mein Gott oh die sind weg oder? die sind weg oder? keine Ahnung hier wird Getreide zu Mehl verarbeitet das stimmt nicht können wir hier wohl wieder hin? wer kommt hier vom Land du oder ich? Entschuldigung es sieht sicher aus oder? aber die stehen nur vor dem Tor zeig mal den Ball da lass mal da hin ja geh mal hin schraube dem ab Willi ja guck aber das Rolle oh mein Gott warum schießt du? du kranke Saupinsel bist du verrückt? was? du hast geschossen wann? hast du das gehört Twinkie? nee jetzt hab ich's auch nie gehört ihr wollt mich doch für verrückt verkaufen ich hab geschossen ach Busch was macht der da? ich raub den ab warum sagt ihn immer, dass ich was ist denn da? weil du ein Psycho bist ich hab nichts gemacht warum tritt er jetzt? oh mein Gott was macht der? dafür sagt er gleich er rollt weg weg ist er aber er ist noch da jo der ist vollkommen weg ja der ist doch der rollt doch ja der rollt doch den der rollt weg? ja 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 ganz schön jetzt sehe ich's auch jetzt sehe ich's auch guck da rollt der aber es fällt da ist er ja oh wow wie schön er rollt und so weit und so schnell wow fast in den LKW oder? großartig großartig hm war schön ach ihr seid kacke hm ja was das ist Ansichtssache ich rufe nochmal den den Immobilienmakler der geht nicht keiner schreit ich gebe dir wohin du willst 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 auch besser als Ende wir haben immer noch keine Paratour gemacht was sollen wir machen jetzt? aber ich wollte vom Urlaub heute ach ihr wollt heute oder? ja ich will mich heute nicht verausgaben weißt du heute gibt es noch viel zu erleben weil das ist doch Urlaub hm können wir machen ich habe jetzt gleich Geburtstag von Hasepeda samstag 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 wir haben auch grad schon gesungen ne da wollen wir nicht hin bloß nicht bloß nicht bloß nicht nicht in den Kindergarten gar keine Lust oh mein Gott oh mein Gott da kommt die vom Erbefeld oh mein Gott wo ist denn das Weinwutfeld? wie kommen wir da hin? oh jene fah jene wirf jene wirf jene wirf ja sag nicht dass wir alle zusammen sind denn na sag mal fahrt ihr Taxi oder chill dir nur jene wirf ja fahrt ihr Taxi oder chill dir nur jene wirf jene wirf wierf kannst du mich hören? hallo was soll ein Träкse ähm ja du schwach mal hallo ich versträgt kein Wort von dem was du willst der ist gut der muss ich mir beim Holländer merken Der hat aufgeliebt! Bestes Trick! Wir schienen immer. Ja. Och ne, jetzt rufst du bei mir an. Okay, ich ruf hier. Hallo? Oh mein Gott! Ich ruf die noch mal bei mir an. Wir sind im Auto. Hallo? Dein... Auto... aufgelegt. Das müssen wir unbedingt beim Hollister probieren. Bitte ruf jetzt bei mir an. Ja, man muss sich einfach mal muten, 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 muten. Bei mir hat sich das auch so angehört. Auf Taxifahren. Irgendlich wollten wir uns irgendwie was anziehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, Telefon! Mach bitte Willi, mach! Ja, warte. Warte. Hallo? Ja... ... ... ... ... ... ... War das gut? Ja. Ja, war angenehm. Ja, war angenehm. Rechts ist das Schild. Da, ich habs gesehen. Jetzt sieht man es hier nicht, natürlich, Alter. Du spinnst hier nur schon wieder irgendwas zusammen. Wo ist es denn hier? Geradeaus. Geradeaus. Twinkie, du sollst geradeaus fahren. Einfach geradeaus. Da oben ist es. Oh, da. Oh, ja. Weg. Oh, geh hin da. Jetzt nicht, ich muss gleich anrufen. Boah, das musst du unbedingt beim Holländer ausprobieren. Oh, ja. Das ist die einzige App auf diesem Handy, die gut ist. Die Nervnet-App. Nervnet. Der Holländer wartet darauf, dass er in Empfang zurückkommt. Der bleibt eine Stunde in der Leitung. Ich komme jetzt darauf. Na, ich hoffe, hier irgendwo lang. Äh, ne, hier. Äh. Ja, hier. Boah, ich war da noch nie. Ehrlich nicht? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ehrlich nicht? Du bist so verwundert. Wir sind doch neu hier. Ja, aber das ist doch dein. Statt erst wird man sich angucken. Ich fand ich sehr schön schön. Wir haben nach Frittenbuden geguckt. Ja. Und nach krassen Gangstern, die wir fotografieren können. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du schossen. Pinsel wieder, du Arsch. Ähm. Jetzt hat's Twinkie ausgehört. Oh, oh. Oh. Ist das offen? Äh, da sitzt. Warte, hier. Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo? Hallo. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Versuch mal mit Zeichensprache. Schmeckt der Peyshek? Pinken Sandwich vielleicht? Hallo? 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 Hallo, Mora? Wie die Arme. Ist der am Pennen? Hallo? Hallo? Könnt der gucken? Oh, ich glaube, wir sollten gucken, ob der Kofferraum auf ist. Ja, dann mal los. Lass mich mal raus, ich schreckt er da. Ich klopfe meine Fensterscheibe. Ja. Oh. Oh, das hab ich mal gesehen. Hallo? Hallo? Guten Tag, Chef. Ja, geht's Ihnen gut? Haben Sie einen Schlaganfall? Schläft er? Ich will nicht schleichen. Ich will nicht schleichen. Hallo? Ja. Das ist jetzt aber eine blöde Situation. Ich will ja nicht schleichen. Hallo? 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 Huckelu. Tudulul. Blöder Wixar. Das ist jetzt natürlich doof. Hallo? Sollen wir dem die Reifen abschrauben? Nein. Dann fährt er auf den Felgen weiter. Oder? Ja, der würde aber als erstes den Auspuff abschrauben. Okay, komm, wir gehen zum Schild. Okay. Genau, schick dir den Pusseimann. Das ist doch einer von denen, oder? Guck mal, die haben auch einen Radio mit dem Auto. Guck mal, dein Busskärtchen um den Hals. Ja. Da kann man der Polizei sagen, die arbeiten nicht. Das wissen die. Oh. Oh, da ist das Schild. Oh, nee, ich glaube, ich will da gar nicht hoch. Das sieht gar nicht so schön aus. Nee, von hinten sieht's voll kacke aus. Das ist der Cheerleader-Effekt. Das sieht ja voll billig aus. Kann man da hoch? Na klar, das ist so ein Leid da. Oh, nee, ich will mal wieder hochklettern. Ja, besser nicht. Aber warum das so super hoch? Ich bin gerade unpestlich. Ich bin oben an dem Weimutschild. Aber hinterm Schild sehen wir doch nichts. Oh, guck mal. Ja, ich bin gar nicht... Das ist unsere Spielwiese. Hier sitzen die... Hier sitzen die Sniper. Hier sitzen die Romantiker. Oh, Twinkie, lass uns Händchen halten. Das Schild sieht echt billig aus. Ja, das ist das Pappmasche von Art Attack. Ja. Hat er einen Wichser gebaut. Und niemand hatte jemals den Bastelkleber. Dieser Hund. Dieser Hund. Ich hatte schon Bastelkleber. Ich hatte keinen Bastelkleber. Ich hatte auch keinen. Ich wollte immer nachbauen. Nicht mal ich, war nein. Oh mein Gott. Ich schon. Willi, sei bloß vorsichtig. Wo ist denn das für ein Wolf? Oh. Boah. Das wäre jetzt schön, wenn ich so eine Bombe einschlagen würde. So. Oh, das wäre es, oder? Apokalypse now. Sollen wir mal da hochklettern? Äh. Hallo, Herr Fischkrab. Ja? Kling mich. Ähm. Darf der Fischkopf wissen, wo wir sind? Wer ist denn Fischkopf? Na, der vom Casino. Der Bischof. Ja, klar. Wir sind beim Weinwurzschild. Sollen wir den Willi runterschubsen? Was für ein Geburtstagsgeschenk schon wieder? Warte, Willi, hast du was zu trinken? Äh. Warum wolltest du mich danach dann erst schubsen, oder was? Oh Gott. Boat. Du kennst mich. Ich kenn keine Fliege, was du? Danke. Und wir sind dann Dankeschön für den Wichser. Ebenfalls zum Fünften. Muin, Muin. Muin, Muin. Nicht schön hier. Ja, ist ganz nett. Boah, das sieht schon schön aus, ne? Ja. War der da mal bei dem auf der Terrasse? Nee, wir haben den mal nach Hause gefahren. Ey, der will uns mal auf so eine Pyjama-Party einladen. Ey, lass uns mal auf die Terrasse gehen, da bei dem. Weißt du, wie schön das da ist, der Hauskopf? Genau, jetzt nicht einfach zum Chef. Ja, natürlich. Wir sind die Mitarbeiter. Wir dürfen das. Ey, das ist nicht die feine englische Art. Wir gehen ja nicht in sein Haus und essen sein... Das kommt mir nicht in die Tüte, Villakritz. Und wenn ich daran denke, dass ihr auf meiner Terrasse stehen würdet, ich würde euch die Hölle heiß machen. Also ihr dürftet immer bei mir in den Pool und an meine Terrasse. Aber ihr nicht auf meine Terrasse. Und wir machen eine fette Party. Party? Party? Wollte einer von euch noch denn? Die wollen Herr Peter ein Auto schenken. Ja, das können wir nicht machen. Das kostet eine Million. Ja, klar, wir haben die Trümdeller. Und die haben die Hälfte schon oder 700 Euro. Ja, aber ich habe kein Geld. Ich kann einen Dollar geben. Wolltet ihr was dazu? Er soll lieber ein günstigeres Auto holen und dann... Warte mal. Hat der Ernst Peter nicht mehr... Ruf mal Willi an, Herr Fischhob. Der klärt das mit dir. Der hat doch sogar mehrere Autos. Ich habe keinen Bock zu telefonieren. Ja, eine Tänzerin reicht. Ein, der heise Peter ist reich. Aber der hat auch so viele Autos. Warum, 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 warum das machen? Ich verstehe ihn nicht. 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 Was geht, Jax? Oh, ey, die können wir schon wieder. Ich rufe nur mal den Immobilienmachtplan. Ja. Ich habe Flugangst, ne, Speckbäckchen. Ja, und? Ich habe ganz schön Bambi. Ich gehe jetzt hoch. Ja, okay. Ach, wo ist denn Peace-Pinsel? Grüße, Bambi. Damit geht einer der besten Freunde. Kann ich auch hoch? Kann ich auch hoch? Nein. Warum? Nein, Speckbäckchen. Nein. Warum? Nein. Why? Ich weiß, wie lange das dauert, bis erst mein Krankenwagen hier ist. Aber ich will Party. Nein. Boah, es ist stabiles. Komm schon. Ich habe Angst vor Leitern. Ich traue mich irgendwie auch nicht. Ich habe eine Phobie vor meinen eigenen Kranken. Ach. Und vor Crooks. Ich habe eine Idiotenallergie. Hachi. Hachi. Wow. Das ist einfach so schlecht. Das ist einfach so schlecht. Ja, war super hier. Ja, super. Echt, romantisch. Ja. Hier kann man echt mal essen gehen. So einen romantischen Kriegen. Ich weiß nicht. Guck mal, Twiggy. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein, die Delle war schon. Oh Gott, das kriegen wir nie. Oh, das wird doch wieder teuer. Ey, Mann, Mann. Ey, komm. Wenn ich daran denke, wie teuer das wird. Was du gerade sagen? Festanlaut gegen Wände. Ach, komm. Nö. Ronny, schieß mal die Lampen aus. Schieß mal die Lampen aus. Oh mein Gott. Ich halte mir die Ohren zu. Ja. Schieß die Lampen aus. Pris. Dann gib mir die Pistole. Schieß die Lampen aus. Was hast du denn davon? Dann heißt das nicht Wein, Wut, sondern Wein, Wut. Ach Mann, nee. Für den Spruch. Soll ich den nicht ausschießen? Du kannst dich gerne ausschießen. Aber jetzt steig ein. Du alter Tricksau. Au. Wie Schatz auskömmer. Moin noch. Äh. Gott. Geht's da überhaupt runter? Äh. Ich hoffe doch, oder? So. Boah, sieht das schön aus. Ich brauche Schlaf. Man kommt denn dieser Hubschraubermann? Wann geht ihr mal schlafen? Äh. Naja, wenn wir uns schlafen legen. Um zwei? Also um zwei und manchmal dreieinhalb bis zwölf. Ja, und? Aber warum frage ich dich eigentlich? Um sich. Ich kann nicht schlafen, wenn ich sehr müde bin. Ich schlaf immer ein, zwei, zwanzig Sekunden. Oh, wie wieder. Was ist das denn? Was ist das denn, Junge? Einen Schluck auf. Sorry. Warte mal, du schläfst voll viel. Ich schlaf voll viel? Ja. Ja, aber ich kann nicht früh einschlafen. Irgendwann bin ich dann so erschöpft, dass ich dann einschlafen kann. Das gibt mir richtig auf den Nerven. Oh, ein Pipo-Sat. Oh, du steckst mich. Ich bin müde, aber ich kann nicht einschlafen. Erst vor Pürer Schöpfung schlaf ich ein. Das geht mir richtig auf den Sack. Aber du schläfst doch voll auf der Früh ein. Ja, und dann schlaf ich drei Stunden und bin hellwach wieder. Oh. Ich bin ein echter Gangster. Ich fahre im Dunkeln ohne Licht. Ja, er hat es angerufen. Ey, das fickt meinen Kopf, na ehrlich. Äh, ich bin gerade mit Freunden unterwegs, denen die Stadt zeigen. Warum? Ich will einfach mal so ein Zeug kennen, wir kennen die Stadt. Oh, du Arsch. Ihr habt gelogen mit dem Urlaub. Guck mal, hier können wir bauen gehen. Äh, ja, wenn es sein muss. Ich bin ja morgen schon eingeplant, aber... Hast du, ist einer abgesprungen, oder wann? Was macht der denn für Sache? Ähm, bring mir... Bring mir Sachen mit. Bring mir einen Rucksack mit Sachen mit, dann gucke ich, dass ich bis 10 Uhr beim Unicorn bin, ja? Okay, weil ich bin jetzt noch unterwegs und das dauert. Also zur Firma schaffe ich es nicht, aber dann komme ich zum Unicorn gleich. Okay. Oh mein, ich bin so schon einig, weil wir nicht mehr weg sind. So nach dem Spremen oder auch wenn Freien ist. Ja, nicht dafür, bis gleich, wenn's. Und wenn ich dann einschlafe, dann bin ich nach zwei, drei Stunden wieder wach und zwar hellbar. Oder ich kann gar nicht jetzt einpennen, um den voll himmelig so. Obwohl ich bin jetzt im Unicorn. Ja, arbeiten gleich. Eine Ausgefallen, er reicht keinen. Schlaf ich irgendwann nicht. Und ich kann so schlecht Nein sagen. Warum ist das ganz einfach? Ja. Einfach Nein. Nein, er ist Nein. Und bleibt auch Nein. Na, CBD hab ich auch schon probiert. Musst du dann aber drei Wochen los und nehmen. Aber wenn du wirklich, das wollte ich so sagen. Ja, das darfst du nicht machen. Wie, was? Ich spück mich einfach. Ja? Wo fangen wir hin? Na, David muss doch zum Unicorn. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Warum? Tür schwer? Wieso gehst du denn da dann hin? Nur weil ein Ausfeld ist so pech. Warum gehen wir nie da hin, Twinkie? Heute ist, glaube ich, sogar nur 1000 allein. Da hin da. Besser als Rufo. Ist der Urlaub jetzt abgesagt? Worum geh ich denn, Alter? Nein. Warum sag mir das keiner? Watt denn? Also fahr dir heute doch nicht mehr weg. Ja, der gilt nicht am Handy. Vielleicht ist der im Funk noch. Oh, warte mal. Ich muss mal überprüfen. Äh, Ronny, guck aber vorher, ob deiner drin sitzt. Danke. Boah. Dankeschön, Unicorn. Und dafür fünf Gifte. Und Lord Didi, Dankeschön für die Prime und Neuten. Danke. Und die Leute sollen sich auch bedanken. Ich habe das große Glück. Ich kann mich hinlegen, wo ich will, wenn ich... Oh nein, Hilfe. Ah. Du. Das macht man noch nicht, Kind. Ich gucke ihn dann nur auf. Ich will ihn auf der Straße gucken, unbeklommen. Ich wollte ihn nur auf seine Fahrt. Sag Glück nicht, du Hund. Von welcher Familie kommst du? Genau. Von keiner. Wow. Irgendwann. Irgendwann. In den US und da. Komm, jetzt reichs. Okay, ich holz hacken, wenn wir dazu weitergehen. Ich holz hacken? Jep. Im Wald. Traf euch eh nicht. Ist noch keiner da? Fahr ruhig noch ein Rundchen. Okay. Bin gerne bei euch. Ja, ja. Bei uns? Ja. Ja, schön hier, ne? Ja. Vor allem mit dem neuen Wagen hier. Das riecht noch so lecker hier drin. Wir wollten mal gucken, was so eine Lackierung kostet. Ja. Aber dann haben wir kein Auto mehr. Doch, wieso? Doch. Wenn wir da hinfahren, haben wir kein Auto mehr. Aber wir kriegen Leihwagen. Wollte ich gerade sagen, gibt doch Leihautos in den Rädern. Ja, okay. Aber wir machen den so. Bordeaux, 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 okay? Bordeaux. Ja. So, Bordeaux. 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 Uiuiui. Okay, jetzt braucht ihr ne neue Lackierung. Ii. Warum? Das frage ich mich auch. Und spielt mir hier links eigentlich mal Schalke. In Kölle. Demnächst ja nicht mehr. Tischtennis. Ein Leben lang. Oh Mann. Deine Schale in der Hand. Da sind die ganzen Leute schon wieder irgendwo Partys. Dieselbe Unterhose an. Wir gehen heute auf für die Unico Party Twinkie, ob du willst oder nicht. Ja. Hast du mich verstanden, Wolle? No. Ja. Außerdem wolltest du auch mal ein bisschen tanzen, hast du gesagt. Vielleicht haben sie einen Job für dich. Nein. Ich will doch nie das suchen. Ach komm. Nee, nee, du. Ach komm. Warum denn? Du kannst doch bestimmt gut die Hüften schwingen. Oh ja. Dann bounce der ganze Club. Oh, wo ist Sarah Colner? Ach mal. Hat nicht gearbeitet keiner. Ey, was ist denn heute los hier? Was ist denn los hier? Oh oh. Guck mal, da ist die Klappe von The Fast and Furious. Puh, fast. Hm. Kann das sein, dass vielleicht irgendeine Paralypse war und wir sind verschont geblieben, weil wir auf dem Berg waren. Sag mal, das machen wir nicht, aber dann trollt ihr alle rein. Ja, wer weiß, ne? Hier gibt's Leute, die fast eine Million Pfannflaschen haben. Hm, wo kann man denn sonst noch hin? Jetzt ist es eine andere Werkstatt. Ja, aber die müssen auch Leihautos haben. Ich kenne sonst nur Loni Gentlemen. Hey, warte mal, ich ruf mal den Hadi an, der hat mir gesagt, der kriegt, ich krieg 20% bei dem. Okay. Der ist da. Hat der auch Leihautos? Bergische Jung, dankeschön für den Prime Sub in den Siebten und herzlich willkommen in der Hooking. Ah ja, du bist in der Werkstatt. Wollen wir zu Kodys? Äh, ja, habt ihr Leihautos? Warte jetzt mal, ich hab nur noch einen, ich hab Hunger. Peanut und Twinkie, die wollen die Auto lackieren, weil du hast mir doch gesagt, du kriegst, machst mir 20%. Der kennt uns doch, wir haben den nach Hause gefahren. Ja, gibst du den? Ja, mit dem McDonalds. Ja, dann komm. Knox, voll, dankeschön für den Prime 6 und herzlich willkommen in der Hooking. Also, das heißt, kommen wir dir jetzt nicht, ist da überhaupt einer? Nein, bei, äh, bei Bennys. Boldo, boldo, boldo. Was ist denn das hier links überhaupt? Ja, okay, ne. Letzeln News. Weezy News. Ja, dann ruft, weezy News. Dann melde ich nochmal bei mir. Okay, tschö. Hallo, Panta. Was ist denn heute los? Da ist keiner. Der sagt, ihr kriegt die 20%. Äh, dann hab ich gesagt, ist denn da einer? Äh, dann sagt der ne. Und, ähm, die haben auch keine Leihautos. Hä, was zum, was ist denn, was ist denn, was, ich hab, da, oh cool. Also, ich wär. Was ist denn hier für'n Tag, Donnerstag, ne? Ja. Wollte grad sagen, ist heute Sonntag. Panta, mir geht's gut, ich hoffe, der auch. Sind die alle vielleicht am Streik? Hier geht doch wieder bestimmt irgendwo was ab. Na komm, Paddy. Hier ist auch ne Bergstadt. Ja, da ist ja Bennys. Da ist doch jemand. Oh. Ah, die haben hier nen Bock auf uns. Ich glaub, die arbeiten nicht hier. Ich glaub auch nicht. Oder die wollen einfach kein Geld. Hallo? Ja. Arbeitet ihr hier? Ja. Wir suchen niemanden, der unser Auto lackiert. Alle anderen Werkstätten sind doof und der Arbeit ist kein. Ja. Na alles klar, dann. Ey, was geht? Die Teilen, die seid die erste Wahl gewesen. Ja, es kommt drauf an, was ihr haben wollt. Ähm, bobenrot. Kein Paul, kein Sekundär. Nein. Weiß nicht, nee. Ich hab nur noch 10.000 Dollar, ne? Ja, Ronny bezahlt. Ne, du bescheid. Ne, außerdem kriegen wir Prozent. Klu bescheid. Wir waren noch nie hier. Doch, der Hadi. Der Hadi? Er hat dir gesagt, wir kriegen hier Prozente. Aua, mein Ohr. Es ist um Hadi die Werftung. Ne, der arbeitet hier. Willst du den Hadi anrufen? Are you alright? Habt ihr hier, habt ihr Leihwagen? Mister, oh bitte. No. Oh, dann haben wir ein Problem. Ja, oder? Äh, ich bin der Willi vom Taxi. Ich bin Tringy. Vielen lieben Dank für 10. Giftet. Oh, Juni hat es sogar auch ein bekommen. Dankeschön, vielen lieben Dank. Danke. Und hallo, herzlich willkommen. Hu, hu. Fischi, zockst du noch halb her? Aber ohne Leihwagen ist echt scheiße. Ja, ohne Leihwagen ist echt. Ja, der Hadi kann uns doch abholen sonst. Wir sind... Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich bin ja eh gleich weg. Jo, ciao. Ja, alles klar. Dann bist du gleich. Mal rein. Dankeschön, sehr nett von dir. Okay, äh, ja. Wollt ihr lackieren? Ja, das Ding ist, wir bräuchten so einen Leihwagen. Ja, Hadi kann euch bestimmt fahren. Ja. Ach so, was... Ja, aber... Hm, was... Also... Irgendwohin fahren ist kein Problem, weil wir brauchen einen Leihwagen. Sonst haben wir heute kein Auto. Äh, ich kann euch einen leihen. Welchen dann? Äh, der ist in der eingeparkten. Cheburek, der ist you. Ja, wollen wir den sonst erst mal holen, dann kommen wir gleich wieder? Ja, lassen wir den erst mal holen, dann fahren wir nochmal her. Okay. Dann holen wir den Wagen und kommen wir wieder. Ja, bis gleich. Okay, bis gleich. Dann machen wir dazu. Ach so, was mir gerade einfällt, du hast... Hast du nochmal einen Schlüssel von dem Buggy? Ja, ja, ja. Kannst du mir den gleich wiedergeben oder brauchst du den? Nein, nein, nein. Wo hin? Ja, doch. Ja, was denn jetzt? Ja, ich geb dir den wieder. Äh, warte, 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 wo hab ich den eingeparkt? Äh, war das jetzt die C... Ja, Parkhaus 10. Parkhaus 10. 10. Ja, ja, ja. Oh Gott, dat hab ich vermisst. Oh, lecker Liverwurst. Ja. Mit kleinen Gürkchen. Oh, lecker. Dat schmeckt total lecker, ne? Also jetzt nicht grad, aber... Ich würd schon sagen. Onni? Ja? Oh, du bist so süß, wenn du einnigst, wenn du so müde bist. Danke. Ich würd dir am liebsten süß mit dir so gut küssen, ne? Hör auf! Aua! Hey! Hey! Ihr sollt euch nicht prügeln. Ich hab nichts dagegen. Du bist ja auch ne Schaulustige. Und? Was war denn da? Pummelchen! Was? Hast du erschrocken, ne? Oh. Kick auf. Ja, Kick... Ja, warte. Oh, harter Unterbauch. Ja, warte. Ich komm, ich hol nur ein Auto für die, dass wir Leihwagen haben. Ja? Und dann kommen wir in die Werkstatt. Ja? Äh, hör mal. Wir sind drei Minuten da. Willst du bei Hans-Peter was für ein Geschenk dazugeben? Ich hab 10.000 Dollar. Ja, ungefähr. Also bist du pleite? Ja, wir beeilen uns, ja. Ich bin komplett pleite. Was mit deiner Frau? Ich denke, hast du noch Geld? Alles gut, ja. Nee, wir haben das zusammengelegt für das Auto hier. Frag mal, frag mal Ronny. Wer ist noch Ronny? Ja, ein Pinsel. Ich? Pinsel? Hast du Geld? Nimm mir so viel. Ich habe ich, wie er wisst, was gegeben und seit drei Wochen im Gehalt gekriegt. Der hat uns was verdient, der hat auch nicht nur so viel. Aber der Pinsel gibt 10.000 dazu. Ey, warte, der Holländer. Ist das auch noch? Ja, aber das ist viel, ne? Ja, das ist nichts. Ja, aber 10.000 ist besser als nur. Ja, Pinsel gibt 10.000 dazu, hat er gesagt. Okay, dann sage ich Bischof Bescheid, dann müsst ihr euch irgendwo mit dem treffen, okay? Mh, okay. Ja, danke, ciao. Danke. Ja, sauber, nicht so schnell. Ja, ich bin... Der legt nicht auf, hundertprozentig legt den nicht auf. Natürlich nicht, der war die ganze Zeit am Brunnen-Stadtpark. Ich habe jetzt selber aufgelegt. Gott. Ruft schon wieder an. Nein, Gott, Alter. Ich habe doch gerade gesagt, ich will nicht mit dem Traum. Kennt ihr das? Der ist wie so eine... In der Sommernacht so eine Mücke, so eine einzelne Mücke in unserem Zimmer. Die immer wieder dir vor das Gesicht fliegt, Alter. Und du erwischst die nicht. Ja, hier, hier, richtig. Oh, ich schwinze doch. Wir treffen uns, ähm... Dann bei Bennys, ne? Ui, ich hätte hier auch ein Auto von mir... Warte, warte, warte. Warte, warte. Wir sind überfallen, Lucia. Warte, warte, warte. Oh, Gott. Ich hole das Auto schnell. Twinkie. Also. Jo. Komm, gib mir mal den Schlüssel vom Buggy, dann gebe ich den Schlüssel vom... Cheburek. Oh, ja. Was denn? Nix, Alter. Weiß ich nicht. Was denn? Da. Danke. Oh, man will nicht. Äh, warte, 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 wo ist der Cheburek? Da. Ist der schnell? Ja, pack mal aus. Was soll ich auspacken? Ja, den... Oder soll ich den auspacken? Oh, Gott. Wo? Komm, putzen. Ich hole den, bleib hier. Okay. Warum steige ich wieder ein? Ja, ich wollte gerade fragen. Da hast du mir kreem hingesetzt, du musst das Auto fahren. Ach so. Du packst mein Türchen an. Pinsel. Was? Genau, wie du die immer anguckst. Der ist oben, ich komme. Ich bin... Ja, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich jetzt nach oben laufe. Sag mal, wo sind die denn alle? Und wieso hat der uns versetzt? Ich bin alle auf dem Meerbefeld, ich sag's dir. Ja. Ich geb halt auch daneben beruflich arbeiten. Wir wurden einfach versetzt und nix ist los. Was ist mit unserem Urlaub, Alter? Ja, ich bin wütend. Oh, Handy klingelt. Mach ihn zur Sau. Gott, was ist das denn? Ich fänd's smart. Ich fänd's smart. Ich fänd's ein langgezogener smart. So, viel Spaß. Ich fahr euch hinterher. Ja. Aber ich komm mit. Was ist denn das? Komm. Was soll denn das sein? Das ist der Cheborek. Oh mein Gott. Was wir denken. Oh mein Gott. Der ist super. Boah. Hallo. Mach dich nicht zu breien. Boah, wie soll man damit entfahren? Hey. Sag mal, bist du besoffen? Hast du Schneppiges getrunken oder was? Na, fahr'n sie. Ich folg dir. Hat ja nicht mal ne Servolenkung der Teil. Alter, das ist super. Das geht ab. Oh Gott. Alter. Das ist so wie ein Panzer. Das ist ein gutes Altes. Oh Gott. Oh mein Gott. Pass auf. Das hat nicht mal Servolenkung. Das ist super. Dann sind die besser. Hat sie besser lenken. Oh Junge. 20 Kilo musst du hier bewegen, damit du lenken kannst. Der Handy klingelt immer los. Halt mal kurz Lenkrad, Willi. Ja. Oh Gott. Halt Lenkrad. Ja, ich mach doch schon. So. Wir können auch zusammen lenken. Ja, okay. Sollen wir auch zusammen schalten? Dejabu. Halt fest. Ja. Ich hoffe, dass das Ding was loshält. Oh mein Gott. Woll ich an deinem Knüppel schalten? Oh mein Gott. Oh Gott. Alles gut. Wo jetzt? Dejabu. Was? Warum darfst du auch immer rückwärts werden? Oh, ich komm aus Blätistan. Alter, was ne Krücke. Kaufe denn sich sowas? Äh, ich spür mal rüber ins Unicorn, ne? Soll ich dich fahren? Äh, ist doch nicht weit, oder? Warte mal. Okay, dann nicht. Du bist gar nicht willkommen auch. Ja, mach, guck nach deinem Auto. Okay. Hau rein. Äh, 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 äh. Nix, wenn es geht. Huckelu. 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 Oh mein Gott. Oh, bitteschön. Hallo. Hallo. Ja, ja, das sollte ein Rot werden. Ja, ich hab viel Schönungspflicht als alle anderen. Bäckbäckchen, welchen Rot wolltest du? Ja, ein Bonbonrot. Also so Bonbonrot. Du hast einen Bonbonrot. Ja, ein dunkles, oder Twinkie? Das sieht doch schön aus. Oh, das sieht edel aus, ja. Oh, 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 oh. Ferrari, laxu. Oh, Ferrari ist auch gut. Also Lachsfarben. Das ist eigentlich eine Lachsfarben, Sir. Was ist denn? Das ist traurig. Das Auto ist traurig. Also ich fand das Ferrari Rot gut. Wollen sie das? Weiß nicht, Twinkie, sag du. Das ist ja. Das ist ein Tickkopf, ne? Ja, okay. Wie, würde die teuer werden, dann? Äh, das würde im Moment... Häng an die Präsenten. Jo, jo. Mach mal umsonst, Bruder. Umsonst, äh, gibt's nix. Komm, please. Nee, nee. Doch, Luft ist umsonst. Bitte, Sir. H2OKOPF. Oh. Ähm, Bratan, hallo. Privia. Ich habe sie versucht anzurufen. Das wäre grob hier klar drücken. Aber sie wäre nicht an ihr Mobiltelefon gegangen. Ja, der Empfang auf der Insel ist teilweise ein bisschen bescheiden. Ach so. Okay. Ich glaub Ihnen mal, Herr Juri. Da. Zeit für ein D-D-Duell. Äh, okay. Was für ein Duell? Weiß nicht. Was ist denn jetzt mit dem Mulder? Wir haben Tickets gebucht. Ja, das Problem ist, äh, wir brauchen hier garantiert noch so eine halbe Stunde, drei, vierte Stunden, bis wir hier durch sind und dann landen können. Geh mir so lange in eine T-T-Bar. Okay. Ja. Dann melde ich mich, sodass wir gelandet sind. Das haben Sie schon vor sieben Stunden gesagt. Ja, wir sind hier noch nicht gelandet. Immer noch nicht. Wie viel kostet das jetzt? Okay, dann bis gleich. 3.500, ich wollte ja hier nur warten, äh, bis die Dame fertig ist mit dem Telefonieren. Das ist ein Kerl, du unverschämter Pflege. Das gibt mehr Prozente. Hey, ich hab... Ja, Entschuldigung. Ich hab... Ich bin keine Dame, ja. Sich aus der Ächsel. Ich dachte, die Dame rechts von mir, äh, von dir, äh, die mir nicht gegeben hat. Ja, die hat doch eine viel schönere Stimme als ich. Okay, gut, ähm, ja, dann der Herr, äh, 3.500 würde das machen. Ja, mal 3. Und was macht das mit nem Pearl? Ähm, mit nem Pearl? Ja, mit nem weißen Pearl. Macht's, äh, 8.000. Ah, Moment, Moment, ich hab die Prozente noch gar nicht mehr drin stehen. Aha. Und zwar... Mach mal 1.5, Bruder. Ah. Wies. Zwar mit Prozente wär's, äh, primär Pearl 7.200. Ja. Kannst du da so nen schneeweißen Pearl noch drauf lackieren? Na klar, also... Primär einmal das, äh, Ferrari-Rot. Und einmal nen schneeweißen Pearl. Seh ich nix. Moment, Moment. Ne, 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 ne. Ne, das war orange. Da. Boah. Oder... Einmal den hier. Oder, 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 oder. Noch ein helleres Rot als Pearl. Noch ein helleres Rot als Pearl? Gibt's doch bestimmt eins. Das haben wir so bum bum. Ui. Das wär jetzt Erdbeerrot. Das wär gut, ne? Trinky? Trinky? Eee. Ja, das sieht gut aus. Ja, das nehmen wir. Okay. Und jetzt schon Präsente. Sind schon draufgerechnet, du Knallgott. Die sind schon draufgerechnet, ja. Wieso? So, jetzt würde ich einmal die Dame und den Herrn links von mir bitten, oder wer zahlt denn überhaupt die Rechnung von Ihnen? Ich zahl die Rechnung. Alles klar, dann haben wir einmal ein paar Minuten. Was denn? Ja, okay. Nee, nee, nur, ich bin so sicher, dass du das zahlen willst. Ja, hast du Geld? Ja. Ja, egal, ich zahl. Ja, okay. Äh, 7200 macht das dann. Das ist spottbülig. Hä? Ich dachte, wir kriegen 50%. So, dann einmal die Karte drauflegen und mit Grün bestätigen. Perfekt. Bestätigt. Sehr schön. Oh, und dann, äh, wann können wir das abholen? Boah, okay, weißt du mal so, mal so. Ähm, um 0 Uhr können sie es abholen. Da weißt du nicht. Ich habe schon 10 Uhr? Ja. Nein, ich fresse, Alter. Okay. Einfach durchrufen, ähm, also es kann sein, dass dann keiner da ist von uns, aber normal sollte schon noch jemand von uns unterwegs sein. Und wenn nicht, dann morgen. Und dann morgen, genau, richtig. Alles klar, danke. Alles klar. Hast du schon Schlüssel gegeben, Twinkie? Jo, jo, hab ich. Okay. Dann bis bald, danke schön. Tschüss. 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 Der macht schon wieder neue Freunde. Das wird jetzt ein klein bisschen Zeitalter, ne, in dem Auto. Okay. Willst du fahren oder soll ich mal fahren? Du kannst auch riefahren. Ja, super. Geben wir Dings? Aero Center? Aero Center? Ja, Unicorn meine ich. Oh. Oder gehen wir jetzt in Burger Mampfen? Ich habe nämlich echt Hunger. Ja. Oh, das zieht mich eng, ne? Warte, ich muss, ja, ich muss auch noch den ganzen alten Scheiße loswerden. Ich kann es ja nicht mehr essen. Auch schon alles weggeworfen, ist alles schlecht. Ja. All about Dennis. Dankeschön für die Re-Sub im 6. Schau mal aus. Warum? Ja, nee, ich muss zum Bankautomat. Hallo, Hardy. Einmal zum Bankautomat. Einmal zum Bankautomat. Er bezahlt uns. Er bezahlt. Er bezahlt die Lackierung. Das zeigst du. Für uns. Weil du ja noch 2.000 hast es gesagt. Nur noch 2.000 hat er auf dem Konto jetzt. Ich habe weniger sogar. Aber egal, wo ist denn ein Bankautomat? Äh, du bist dann vorbeigefahren. Dejabu! Oh mein Gott. Oh Gott. Der war gut. Der war verdammt gut. Naja, gut. Und Schweineknapp und links. Dejabu! Und dann links. Wie schön macht der denn nur, der Gott? Da folgen ist doch einer. Ja, 24-7. Genau. Bergen sie uns bald wieder. Ja, warte, der hat Geld. Oh. Der holt doch Geld. Das ist gut. Was machst du mit uns? Du hast eine Kraft, Mann. Ja, ich habe, ich habe, war mit meinem Fett, war das. Der war so dick. Du bist doch gar nicht so dick. Ja. Du auch nicht. Danke. Von dem. Oh je. So hin geht mal. Ich habe nicht gemacht. Ey, sag mal. Der Pinsel, du bist auch immer im Schnurl, ne? Ey, ist doch krass. Hast du gesehen? Dann bist halt. Ich habe gesagt, wir sind bankrott. Ja, sind wir auch. Und ich habe gesagt, was, 15%? Nee, 20% haben wir doch bekommen oder nicht? Ja, nö. Du hast aber lange Arme. Ja, lass. Lass mich noch zu Penis? Nö. Hier. Danke, Harley. Dankeschön. Also, Harvey. Weißt du, Ronny, weißt du doch. Ja, ich weiß. Oh, nee. Aber ich heiße Hardy. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, perfekt. Dankeschön. Bye. Have a good night time. Ja. Lass mich das zu. Du. Also, ich habe nochmal mit dem Juri gesprochen, mit dem Herrn Juri. Aua. Oh mein Gott. Was machst du denn? Ja, wie, was mache ich? Ich fahre Auto. Der füllt eine Stunde oder so. Brauchen die noch. Boah, das ist schnell, die Kamera. Deja vu. Keiner kann besser Auto fahren als ich. Deja vu. Und jetzt zack. Ui. Wie viel hast du denn gekriegt? Ui. 7200 Dollar. Hast du gezählt oder weiter? Hä? Hat er gesagt? Er stand auf dem Umschlag drauf. Ah, ja. Den hat er mit sich rumgeschlagen. Ja. Für den Fall, wenn einer 7 ist. Ach, reich, ich lappe mal. Du trinkst und redest gleichzeitig. Das würdest du mir zählen. Ja, gut, das stimmt. Aber ich kann noch beatboxen mit Namunda Monika. Der Büchse ist mein Freund. Das ist richtig, Pinat. Und du auch meiner. Ja. Was geht dir ab? Ne, fahr weg. Das ist der Assi. Wo ist der? Geiler Shell-Burek, Alter. Wer ist der Assi, Alter? Du hast einen schönen Shell-Burek. Das ist ein Leihwagen. Pass auf. Siehst du den da mit dem weißen Shirt? Warte mal, du warst nicht bei mir an der Werkstatt, Pinat. Ich dachte, wir wären alle Freunde. Da kriegen wir keine Prozente. Woher willst du das denn wissen? Weil du nie was gesagt hast. Aber wir sind Freunde. Ja, dann gib mal 50 Prozent. Ja, übertreiber direkt. Siehst du? Bei Geld holt die Freundschaft auf. Und geht duschen, Büchse. Warte, fahr mal. Ich wollte dir das zeigen. Was denn? Was denn? Da war der Typ mit dem weißen Shirt. Ja, den hab ich gesehen. Ja, der hat, das war der mit den Fahrrädern, der mir in die Schulter geschossen hat. Was soll ich jetzt machen? Ja, nichts. Merkt ihr das Gesicht? Wir gehen auf den Burger. Und danach gehen wir ins Unicorn, okay? Okay. Dann fliegen wir im Urlaub. Deja vu! Ziemlich eng hier vorne. Twinkie, lebst du noch? Ja. Deja vu! Oh nein! Aua! Perfekt. Ein Stück vor. Perfekt. Perfekt. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Entschuldigung. Ach so, ich hab das schon bezahlt. Sie haben die Karte durchgezogen? Sind Sie sicher? Ja. Okay, dann hab ich nix gesagt. Kohle Stiefel. Danke. Kommt, der Typ lügt. Geiler Hut. Noch nie einen Cowboy gesehen. Danke. Komm, wir gehen was testen. Hi, das ist wieder die fancy Frau. Oh, Hallöchen. Wie war dein Name? Gleich nochmal. Ich weiß nicht. Kina, hallo. Warte, wie hieß der? Mach mal A. Ja, ich mach A. Warte. Mach A. Ja, warte, ich stelle mich richtig sexy hin, okay? Okay. Okay, mach ein Foto, bitte. Oh, ja, warte. Gib mir dein bestes Lächeln. Ja, oh mein Gott. Weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Willy Bunker. Ja, das würden mir irgendwie, das sagen die Leute voll oft zu mir. Oh Gott. Da siehst du fast in Furious aus. Wir müssen uns bezeilen. Wenn die vor uns dran sind, dann können wir nicht mehr in die Reihe. Ja, schnell. Ja, ihr müsst euch echt beeilen, weil ich war schon Nummer 7 und es gibt nur 10 pro Tag. Oh, oh. Da ist Biggie defekt. Gibt es Actionfiguren? Ja, es gibt Aktionsfiguren. Ach, Quatsch. Hallo, Biggie. Entschuldigung, ich muss einmal vorbei. Hallo, Kim. Hallo. Hallo, Peanut, was geht? Ich hab Hunger. Oh, Peanut, geh schnell vor, die Aktionsfigur. Aber Biggie war vor. Ja, nee. Auf den Weg. Oh Gott, oh mein Gott. Komm, zu meinem Tisch. So, Kummerwüns? Bestellt mir bitte etwas mit. Ja, ja. Getränke, da, ja, Eistee, Cola oder Tränkepäckchen? Ja, wir sind beide Tränkepäckchen, Tränkepäckchen. Ja, und der Actionfigur gibt es auch Späckpäckchen. Oh mein Gott, ehrlich, Helds? Ja, ich hab aber schon bestellt für dich. Oh mein Gott. Gib bitte. Welchen Shake nehmen Sie? Wir nehmen beide Schokoschäcke. Ja, es gibt Actionfiguren. Ja, na? Oh ja. Easy. Machen wir ihn fertig. Ich will auch was. Ich will auch was. Ich will auch was. Aber ich will, welche Actionfigur kriege ich. Das werden Sie gleich sehen. Nein, Spül... Nein, 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 nein. Späckpäckchen, das ist immer eine Überraschung. Ich will Tänkepäckchen. Ja, ja, gibt's ja. Ja, wer hat eine tiefe Stimme? Aber gehen die morgen einfach nochmal hin. Ja, keine tiefe Stimme. Nee, ich klingt... Die klingt wie ein Engel von der Kernfamilie. Die geht runter wie meine Stimme, also wie Butter. Ja, eben. Ja, Pien, hat das eigentlich das Magazin schon erschienen, wo du da mal erzählt hast? Nee, noch nicht. Ja, weil ich bin ja... Aber Wetzelnews, ähm, Wetzelnews, da kommt's dann, in Wetzelnews. Bist du Reporterin, oder wie? Ja. Ja, kann ich eigentlich deine Nummer haben, Peanut? Du bist voll sympathisch, Peanut. Nö. Du musst meine Frau fragen, ob sie meine Nummer haben. Sind das nicht die Assis von der Straße? Nein, das sind die Dings. Die Fashion Models. Ich bin Tanisha Beaverhusen, ich bin kein Assi. Ich bin auch gar nicht pervers oder so. Guck mal, Twinkie, der hat voll die coolen Schuhe an. Das ist mit Wunderschuhe. Ja, wenn sie... Ja, die hab ich ihm ausgesucht. Ja, das ist eine Modedesignerin, eine Baldmodedesignerin. Kannst du für uns Klamotten-Design? Ähm, ja, aber das ist ein bisschen schwierig. Juckt's. Ja. Ja, versteh, ich hatte auch Ausschlag hinten vom ganzen Rollerfahrt. Oh, das ist richtig schlimm, ey. Ich kann auch nicht sitzen, ey, das tut weh. Oh mein Gott, das kannte ich. Ich hatte voll... Ich hatte auch schon... Hast du da meine Frau, hast du eine Brust? Oh. Komm, komm, komm. Okay, oder so. Ja, krieg ich meine Actionfigur? Ja, erst mal kriegen sie es. Danke. Ich hatte die ganze meine Brust. Und die Kippe. Dann, hier einmal Schienstab. Ja, natürlich. Ein Kippe-Päckchen nur. Ja, natürlich, sie haben eins bestellt. Aber so schreien die mit hier. Ach so. So. Die Million. Und dann, das, worauf alle warten. Ich muss da aufheben. Actionfigur. Bitte sehr. Ihr Rekord holen. Ja, ich muss... Ja. Welche habe ich? Die Wunderschöne. Welche ist denn das? Ja. Sehen Sie das nicht? Nein, das ist... Diesen Monat ist das ein C für Codys mit Augen. Ah. Wie cool. Sehen Sie doch, dass eine Zunge rausstreckt. Cool. Aber ich muss noch bezahlen, Scheiße. Das stimmt. 2000 Dollar, bitte. Ja, machen Sie drei. Machen Sie vier, weil ich heute gut drauf bin. Ich danke Ihnen. Warte mal, können wir alle die gleiche Actionfigur bekommen? Mhm. So, bitteschön. Ich danke Ihnen. Warum nicht unterschiedlich, damit man sammeln kann? Können Sie? Es gibt jeden Monat eine neue. Jeden Monat? Ich will jetzt alle. Ja, dann seien Sie nicht so ungeduldig. Bisher immer. Da müssen Sie noch lernen. Das ist ja... Wir haben pädagogischen Auftrag hier bei Codys, bei unserer gesunden Ernährung. Wir vermitteln hier gute Werte. Ja, stimmt. Okay, ich bitte. Ich will noch zwei Tränkepäckchen, bitte. Zwei Tränkepäckchen? Ja. Einen Augenblick. Ich wollte auch alle Actionfiguren, Mann. Mann, ich wollte auch eine Nura. Ich wollte direkt... Es ist umgesagt, es gibt zehn Stück, ich wollte zehn Menüs haben. So ein Scheiß. Jetzt bin ich traurig. Aber irgendwann, die, die es dann nicht nächsten Monat gibt es ja die von diesem nicht mehr, dann kannst du sie gut verkaufen. Stimmt, stimmt. Investitionen, wer dann... Wer dann lange... Äh, ja, Chef. Ja? Die, die wir jetzt bekommen haben, gibt es nächsten Monat aber nicht mehr, ne? Nein, die gibt es nächsten Monat nicht mehr. Die sind... Diese Actionfiguren, die Sie bekommen haben, ist limitiert auf 340 Stück. 340 Stück nur? Mhm. Boah, dann habe ich ja Glück. Danke. Easy. Wie teuer ist das? 60 Dollar macht das bitte für die Tränkepäckchen. 60 Dollar. Ja, mit Karte? Ist da Badewasser drin, oder was? Ja, mit Karte, bitte. Ja, woanders wird das, äh, die Verpackung davon geraucht. Danke. Lassen Sie es schmecken. Danke. Bitteschön. Mal kurz auf Toilette, ja? Ja, sehr gut. Hallo. Hallo. Trinkier. Nächsten Monat gibt es die Actionfiguren nicht mehr, ne? Und die ist begrenzte Stückzahl nur. Ja. Ja. Also schön behalten, nicht wegschmeißen. Richtig, richtig. Und jeden Monat kommen. Und jeden Monat, ja, wir sind sowieso jeden Tag hier. Ja. Ah, guck, wie ich hier chillen mit meinem Shishamisha. Du hältst dich echt gut da mit deinem Fuß. Danke. Danke. Du hast eine Balance. Ja, der muss auch mal ein bisschen entspannen, ne? Ja, ja. Kann ich deine Actionfigur haben? Nein. Bitte? Du hast deine eigene. Liebe Kunden, die Actionfiguren sind für heute leider ausverkauft. Oh mein Gott, haben wir Glück. Oh mein Gott, haben wir Glück. Kleine Actionfiguren mehr. Mann, ich bin sie. Wer bist du? Ich wollte zweimal so Menü. Hallo, geh weg. Mit Actionfiguren. Wir sind hier nicht auf dem Kursbecken. Ah, bin sie. Hast du keine Actionfigur? Doch, ich habe die letzte gekriegt. Ja, kriegst du die haben, bitte. Aber, aber. Ich sammle die aber. Aber ich auch. Okay. Okay, pass auf. Nein, null. Kein Punkt mehr. Wow. Hinter dir steht Willy Wonka. Ja, ich wollte früher Ron und Ronny fragen, ob das geklappt hat mit der Maske mit den zwei. Nein. Ach, du kriegst gar nicht zwei? Nein, du kriegst immer nur eine pro Tag pro Person. Und ich dachte, wenn ich mich verkleide, dann kriege ich noch eine. Und dann hat er gesagt, geh jetzt weg. Und ich so, aber ich bin nicht Ronny. Dann meinte er nur. Dann kriegt Biggie ja jetzt gar keine mehr. Aber morgen. Biggie, bekommst du heute keine Actionfigur mehr? Ja. Nur eine. Und ich wollte zwei haben. Eine für meine Frau noch. Oh, wir sind echt. Einzelbestände kriegt ja. Nee, ich hab die letzte. Die haben nur noch eine. Alles klar. Das war schon Bescheid. Das war mich ursprünglich. Ich hoffe, die haben morgen wieder eine. Ich stehe drauf. Alles klar. Hallo, um die Ideen zu lernen. Ja, vielen Dank. Und du hast keine gekriegt? Doch, ich hab eine. Wieso willst du meine dann auch? Weil ich die Damage. Außerdem sind die Begrenzen. Es gibt nur 300 Stücke oder so. Das sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Ja, sieht gut aus. Was hat Willy Wonka gesagt? Hättest du dich an meinem Pullermann fest? Ja. Ich? Ja, natürlich. Kann man sich doch gar nicht dran festhalten. Ja doch, scheinbar schon. Sieht sehr stabil aus. Ach, guck mal, deine Schnurz da. Okay, bleib so. Und dich nehmen wir mit im Urlaub, dummes Arschloch. Wow. Du kommst mir so. Benehmt euch. Ich hab Hunger. Ich esse es erst mal. Ich fühl mich unwohl, wenn du... Ja, dann würde ich mich auch unwohl fühlen. Moment, Moment. Habt ihr für ein Problem? Darf ein Mann nicht sitzen? Nein. Aber dann müsste... Dann müsste der Stuhl hier ja frei sein. Hey. Ja. Ihr sitzt halt beide voll nicht raus. Bist du so, Tänsel? Hau ab. Das ist mein Stuhl. Mann. So. Fällt dir, was du siehst? Jupp. Es ist wunderschön. Ich bin nicht gemeint zum Pinsel. Und warum sitzt du jetzt auf dem Boden? Wieso? Äh, Ul, wir gehen auf die Insel von Jupp. Worauf warten wir? Spiel mit meiner Actionfigur. Ich bin das kleine Cody. Hallo. Wie sieht denn deine... Wie sieht deine denn aus? Das ist ein kleines Seh. Hallo, Pina. Ich bin das kleine Cody. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Kann man den neuen Hund aufsetzen? Einen neuen Hund? Ich weiß nicht. Kann man nicht jetzt schon nächsten Monat haben? Ist ja, weil ich es schlimm fand. Was denn? Die alte Wärmung? Nee, dass ich nicht zweimal Pommes anstatt ein Getränk kriegen dürfte. Pinsel, geht's dir wieder gut? Was? Na, du bist so abgestürzt. Das ist mein Freund, Biggie. Meine ganze Lein. Ja, ich weiß. Ich kann zwar... Aber ich muss bestimmt fragen, dass er gut ist. Du bist bitte damit geredet. Ach, du bist halt. Das sieht aus wie mein Bruder. Du kennst uns doch. Jo, aber ich habe Winkeen im Augen. Alles gut. Aber du bist so abgestürzt. Wir wollten suchen helfen. Der wurde wiedergefunden. Von einem Mann mit Drohnen. Jo, der hat eine Drohne. Geht's dir wieder gut? Ja. Ich war ja nicht... Ich war nicht gekommen. Also ich war... Ich hatte Glück gehabt. Twinkie fühlt sich ignoriert. Twinkie fühlt sich nur... Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Aber, Minat, morgen gibt's wieder Actionfiguren. Die verkaufen immer nur 10 Stück pro Abend oder so. Das freut mich sehr. Yippie. Habt ihr gar keine gekriegt? Finkie, mit der Crack? Warum? Mit wem redest du? Wir mit meinem kleinen Actionfigur. Oh, wie süß. Finkie, welche hast du gekriegt? Wir haben alle dieselbe bekommen. Nee, gar nicht. Wir haben doch hinten gesehen, welches es gibt. Ja, das gibt nur... Das geht. Der hat gesagt, jeden Monat eine andere. Und die verteilt... Die machen immer nur 10, die am Abend von den Menüs verkaufen. Genau. Wieso siehst du schon wieder aus wie so ein Müllmann, Alter? Weil dann ist... Weil ich vom Ordnungsamt bin? Ordnungsamt? Bruder, wenn du vom Ordnungsamt bist, dann sollte deine Kleidung sauberer als der Laden sein. Aber der Laden ist sauberer als deine Kleidung gerade. Naja, dann weißt du, dass ich mehr gearbeitet habe, als die Polizei in der Stadt. Das kann ich dir... Das ist auch nicht mehr. Binke, Päckchen. Aber wer sind eigentlich die anderen beiden? Die kann ich noch nicht. Jetzt sind meine besten Freunde. Ich bin Peanut. Und das ist Twinkie. Was geht, Twinkie? Was geht, Peanut? Was geht, was geht? Weißt du, wisst ihr wie aus der Dunst? Wieso Rockstars? Wie Rockstars? Ja. Wäsch mal. Eigentlich jetzt. Wow, 21 Pilots. Ja, sowas, ne? Das ist echt kein Witz. Ja, gut, aber wir wollen noch nicht weiter. Kack mal, I find you pieces. Ja, das ist... Das ist mein Geschwister. Das ist mein Geschwister. Okay, shit. Wolltes Lied. Jungs. Wie ist es dann? Biggie, hast du den Horst schon getroffen? Welchen Horst? Das ist ein Dicker. Für die Nervensäge. Nee, ich glaube, den kennen wir noch nicht. Oder hat er so ein lilanes Hemd an? Weiß ich nicht. In dem weißes, glaube ich. Weil ich hab letztens einen Gründer gemacht. Der war nämlich mal am Café, war doch mal einer gestanden. Vielleicht ist das der. Der hat so ein hellrosanes, pinkes Hemd angehabt. Und der hat, glaube ich, eine Freundin oder eine Frau dabei gehabt. Ich weiß gar nicht. Ja, also Peggy von El Bandidi. Peggy 16. Dann waren das die vielleicht, die wir da gesehen haben. Ja, kann gut sein, ja. Die Premierenstein-Nummer, das ist voll die Nervensäge. Ai, 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 ai. Apropos Nummer, du wolltest du beim nächsten Mal, wenn wir uns sind, tauschen. Ja, dann gib mal deine Nummer. Warte. Ja, wir haben ja gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen. Genau. Wann habt ihr den Umzug? Warte, ich konnte überstammt jetzt, oder? Was haben wir? Den Umzug? Warte, 30. 30. 42. 42. 860. 860. Was geht los? Gibt keine Figürchen mehr. Ja, ich hab's gehört. Aber morgen gibt's wieder welche, um 22 Uhr. So, fände ich scheiße. Ja, wir haben leider nur eine gekrippt. Ja, aber es geht, es geht, es geht. Können wir die mal zeigen? Ja, die Twinkie hat einen in der Hand. Oha. Ja. Oha, für auch eine Figur. Du, und Dankeschön für den Wissen. Ja, morgen wieder herkommt. Du, und Dankeschön für den Pfeil. Ich gebe Hanni deine Nummer auch gleich. Okay. Die ruft dich dann auch nochmal an. Ja, okay. Aber das meine ich wieder, dann hat nachher jeder deine. Hehe. I'm stressed out. Habt ihr jetzt auch alle eine Echsenfigur bekommen? Ja. Nö, leider, leider nicht. Ja, ich hab ja die letzte. 10.000, du kriegst meine. 10.000? Die wird bestimmt irgendwann mal wertvoll sein. Okay, ich warte noch, bis es mehr wert ist. Ich geb dir. Du hast doch gar keinen gekriegt, hab ich gemeint. Oh ja, es ist vermeint. Juli, Juli, komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit. Heißt du Juli und Juni? Nein, Juli heißt ja. Juli Mond. Und seid ihr noch auf dem Erbefeld unterwegs, Biggie? Ja, heute waren wir wieder da, das stimmt. Ja. Wir haben gestern Beton gemacht, dreieinhalb Stunden. Und das waren wir zwar nicht drin. Keine Lust mehr. Aber ich will mir einen Caddy kaufen. Und Motorrad. Warte, so ein Caddy. Wir haben auch ein neues Auto. So ein Golfkater, wo man auf dem Golfplatz rumfahren kann. Dann muss ich nicht mehr zum Fuß zu Kaffee Nura laufen. Finde ich gar nicht so gut. Dann müssen wir das noch kaufen. Doch, der Kuchen ist geil. Die haben neue Torten. Wir haben jetzt Nougat-Torte. Nuss-Nougat-Torte für sich Mango. Richtig lecker. Eierlikör haben schon. Und warum sagst du da nicht Bescheid? Ja, ich hatte deine Nummer nicht. Ja. Einer verkauft Ananas mit Pizza. Da. Oh nein. Das ist so ekelhaft. Er prässt auch kleine Kinder. Hast du schon mal Kinder gesehen? Ja. Was? Hast du schon mal Kinder gegessen? Nee, du hast keine Kinder gesehen. Nein. Aber Kinder kann die Regeln. Bist du so groß auf die Welt gekommen? Vielleicht. Deine Mutter muss Schmerzen gehabt haben. Hast du nicht erlebt. Deine Mutter muss Schmerzen gehabt haben. Ja, der auch. Vor allem hast du den Arzt nach deiner Geburt angebelltet. Angebellt? Lass die Schnur. Ekelhaft. Nein. Ja. Nein, ist nichts mehr. Hallo, Texel. Wish we could turn back time to the good old days. Wann geht denn jetzt was mit dem Unicorn? Wollt ihr da hin? Ja, heute solltet ihr da was hin? Ja, hat uns Bibi auch erzählt. Das solltet ihr nicht glauben, was die Leute heute erzählen. Heute ist der 1. April. Stimmt, ne? Die, glaube ich, auch nichts für so die Kinder. Soll ich Willi anrufen und fragen, ob er schon da ist? Der hat uns bestimmt verabschiedelt. April, April. Die Actionfiguren sind keine Actionfiguren. Das machen ein Neuer. Am Ende ist das auch die Party oben. Ist auch nur die Farge. Wo ist ne Party? Was geht, Willi? Äh, du. Wann geht denn da so ein Unicorn los? Bist du schon da? Alles gut. Wir sind noch bei Codys. Ja. Winky. Ja. Winky. Ja. Ja, alles gut. Ja, wir werden es nicht schaffen. Wir müssen noch ein Caddy kaufen. Ja, das geht ja aber schnell. Very, very cool. Ja, auf jeden Fall. Ich melde mich bei dir. Alles klar. Bis dann. Ciao. Dir auch. Olla, hat er mich nur verklickt beim Namen? Willi ist da arbeiten. Das geht schon los, sagt er. Aber da war gerade nichts los. Hatten wir bestimmt wieder 1000, 2000, 3000, 0 Eintritt. Wahrscheinlich. Das hat da gar nichts. Dann gehe ich da auch nicht hin. Sollen wir ein Glücksspiel machen? Ich kann auch für dich tanzen im Hotel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wisst ihr, ob der Wüchse da ist? Ja, der war gerade am Park. Ja, der verkauft mir schon wieder Tickets. Von dem würde ich gar nichts kaufen. Willen wir nie, aber der zwingt uns. Der hat uns zu Glücksspiel gezwungen. Ja, der war das. Habt ihr wenigstens was gewonnen? Ne. Was ist ein Scheiß? Ne, zwei Nieten habe ich gezogen. Och ne. Aber uns hat beim Wald auch einer gefragt, da gibt es einen Pauner. Beim Wald? Ja, unten im Wald. Welcher Bau? Es ist hier überall Wald, Vigi, wenn man auf die Autobahn fährt. Na, da unten, wo das Holz macht. Ja. Du kannst überall Holz machen, Vigi. Jetzt kannst du hier am Würfelpark die Bäume abschauen. Sag mal, dein Diaschwert. Da, wo das Leuchtturm ist. Ja, wir wissen, wo der Wald ist. Wir sind Praktiker, wir haben schon viele da hingefahren. Ja, siehste. Die haben uns erklärt, wenn jemand vom Wald spricht, kann das nur dort sein. Ja, das stimmt. Ne, und da haben sie irgendwie lose versucht zu vertegen von der Lotterie. Für den Pauner Custom, einen LRG und einen Tuning-Gutschein für Lowly Gentleman. 50.000 Dollar. Und den Lotto-Spielen haben sie ja auch noch was zu machen. Ach, das ist doch alles geriggit. Rigged, rigged. Ich mag da auch nichts. Ja, so oder so nichts. Da kannst du noch verarschen, doch. Aber wenn man kriminell ist, könnte man eigentlich dahin gehen und sagen, jo, willst du ein Ticket kaufen, willst du 20.000 Dollar, kannst du den Tonto gewinnen. Wir kommen von der, von der Firma. Das spricht doch eh keiner nach. Wann sitzt du auf meinem Knie? Tut das weh? Was? Na, das ist weh. Ah, Pina hat gehauscht und sagt, wir nehmen irgendwann Geisel und fordern einfach ein Pauner von der Welt. Dein Knie auf mein Knie ist... Nein, das ist kriminelles Machen. Oh, das ist... Ja, aber... Also du, auf meinem Knie. Warum arbeitet die mit dir? Tut mir das weh? Wo sind die ganzen Leute? Nö, ist schon spannend. Ja, gibt keine... Ich finde, das schafft so eine gewisse Bindung zu uns. Oh, die Jungs sind auch schon los, wir müssen mit. Die müssen uns zum Dings bringen, zum Händler. Stimmt. Ja. Ja, ich kaufe mir doch jetzt. Pina, Twinkie, Pinsel, wir sehen uns. Hallo, ich bin, ich bin, ich bin. Euch einen schönen Abend, ja? Ja, wir fliegen heute in Urlaub. In Urlaub? Wie lange? Nur für einen Tag. Wohin geht's? Auf so eine Insel. Cool. Dann entspannt euch mal schön. Genau, schön Wellness machen. Ja, ich werde mein Bubble Bud boyen. Hehe. Ja, das muss man sowieso. Und ein Creme nicht vergessen. Das macht Twinkie. Ja, so ist es auch richtig. Ja, du musst mir auch ein Creme. Kommt der Hubschrauber hier vom Laden an? Heiß ich nicht. Alles klar. Schönen Abend, euch. Dieser typische... Hau rein. Schönen Abend. Tschüss. Bye. Bye, bye. Mein Schüsse hat sich aufgelöst. Ich bin frei. Die sind cool. Die beiden? Ja. Das können neue Freunde von uns werden. Die sind schon nett. Für unser Holzbrudel. Soll ich den nochmal anrufen? Okay. Ja, Twinkie? Ja. Habe das Gefühl, dass ich nerv. Aber das kann ich gut. Wir müssen noch den Koffer packen. Boah, nervt der. Wir müssen den Koffer packen. Premier Börsch. Ja, wir warten, ne? Ja, ich sehe die Insel in weiter Ferne von unserer Insel aus. Oh, ist das ein Weg? Leider, nein. Warum? Nein, der war noch nicht hier. Der will nicht gehen. Was? Ich habe nicht was zu tun. Sollen wir abholen? Slava, Slava, fliegst du abholen? Wo sollen wir hinbekommen? Okay, dann komm zum Los Santos International Airport unter Postelcode 2000. Postelcode 2000 International Airport? Nein, Slava kommt rübergeflogen und euch abholen. Und wo wird das Gate? Wie viel Gepäck habt ihr dabei? Ja, der Gate 2. Der Gate 2. Na, wie viel Gepäck habt ihr? Ähm, wir haben jeder einen Koffer. Okay, wie viel Gewicht müssen wir mit einem planen? Wie viel? Twinkie? Was hat deine Wagen nochmal gesagt nach gestern? Nach Sport? Äh, weiß nicht. Ich konnte sie nicht sehen. Ja, weiß nicht. Kann ich nicht sagen, genau. Kannst du nicht sagen. Ja, dann kommen wir. Ja, wir kommen mit dem großen Schritt. Okay. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Mal. Los, wir müssen Gepäck packen, schnell. Das kommt schnell aufstehen. Hopp, hopp. Hopp, hopp, Twinkie. Los. Hopp, hopp. Oh, oh Gott. Außen weg. Deja vu. Oh nein. Nein. Wir müssen schnell gehen. Twinkie. Die hat einfach die Ruhe weg, Alter. Gepäck packen. Ui. Deja vu. Oh, das ist doch keine gute Idee. Twinkie, kannst du packen für mich auch? Nö, das musst du jetzt auch mal alleine schaffen. Was nehme ich Ihnen mit? Na doch, es geht drei. Oder was, zwei? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich habe nichts mehr. Was, zwei oder drei? 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 Sind die nicht direkt nebeneinander? Ui. Ganz egal. Ich glaube, es wird zwei. Ui. Können wir gerade ausfahren? Ich bin mir nicht sicher. Ui. Ach. Ui. Ach du Scheiße, wir verringen. Ab nach Hause. Habt ihr denn eine Tasche? Ich habe ein Eastpack. Brauche eine Tasche. Los. Wir treffen uns in zwei Minuten wieder her. Oh Gott. Twinkie, komm. In die Tasche. Wir müssen noch was zu essen besorgen. Wie ist die im Zweifel? Wie, hat der nichts bei sich? Doch, aber nicht so viel. Los, 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 los. Yallah. Yallah. Nimm ich eine Zahnbiste mit? Hm? Soll ich Zahnbiste mitnehmen? Ja schon. Komm, wir machen nur mit Todcheck. Oh, ich glaube, wir müssen alles was mit Waffen zu tun hat. Die Polizei kontrolliert das, ne? Okay, packen wir ins Auto. Alles ins Auto. Ich habe einen Korndok, zwei Dinkelpäckchen, einen Schoko, kein Schokoscheck. Pacetamol. Schokotorte. Kuckuck. Wir müssen noch was zu essen kaufen. Ja, und trinken. Ja. Hast du ohne Buchse eingepackt? Warte, nein, noch nicht. Ich tue erstmal meinen... Äh... Taschenlampen brauchen wir. Rotzange kann man auch immer gebrauchen. Was soll ich einpacken? Ohne Buchse? Ohne Buchse. Ohne Zahnbiste, das reicht. Zahnbiste. Hallo, Mieße, Katze, hallo. Giga, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Soll ich deinen Schlipperhau mit einpacken? Ja, ja, bitte. Welchen denn? Den von Kick oder Victoria Secret? Victoria Secret. Okay. Die Spitze mit Schleifhällen? Ja. Der riecht aber nicht mehr so gut. Hast du ihn angezogen? Nein. Quatsch. Dass es noch einmal vorkommt, ich hab's dir gesagt. Wie, wenn das noch... Wem gehören die Kabelbinder? Twinkie? Nein, nein. Was hast du schon wieder vorgehabt? Nein, 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 nein. Da brauchst du mich gar nicht so anzugucken. Nee, nee. Das ist hier vom Pinsch und Oma. Ich hab zwei Handys. Warum hab ich zwei Handys? Ja, ich weiß auch. Eva. Und so hast du jetzt schon eine zweite Nummer von denen ich weiß, ja? Eva, ich kann nicht so viel schleppen. Ein Koffer nur. Ich hab keine Tasche bei. Ein Koffer nur. Nein, ich hab gar keinen Koffer. Ein Koffer. Ja. Ich hab jetzt eine Unabux und meine Zahnbürste. Oh, shit. Unabux. Und den Schlüpper von Twinkie. Willst du nicht noch ein Bikini mitnehmen? Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir bleiben, ne? Ja, okay. Obwohl, da gibt's bestimmte Kokosnüsse. Ich kann ja auch ein Bikini basteln. Wo kannst du das? Hält er? Ja. Okay. Natürlich. Na, da alles reinpasst. Na, dann läuft er. Du willst nur eine große Kokosnüsse finden. Bitte. Mein Hula-Hoop-Mädchen. Hast du? Wir müssen noch Essen besuchen. Ja. Dann kommt. Bestellt schon mal beim Kohl die was vor. Oh, aua. Ruhst du an? 2, 5, 7. 2, 5, 7. Ja. Bestellt schon mal ein paar Burger und Cola. Okay. Festhalten. Ich avou. Oh mein Gott. Ja, du hier sind Twinkie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wir wollen gleich ein bisschen in Urlaub fliegen und brauchen einen Proviant dafür. Wir fahren nirgends wohin, glaube ich. Ah, geht's dir gut? Und ich dachte... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen. Halt deinen Kopf still. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In der Nähe von... Chinatown. 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 Da wo die ganzen... In der Nähe vom Strand, wo die ganzen Blockhäuser sind. Und nicht ohne Seife waschen. Ich glaube... Nein, da wo die Blockhäuser sind. Das tut mir, ich hab dich nicht gesehen. Mein Ding. Ach, die vier gegen... Blockhäuser. Wir gleich starten, wo sind wir? Twinkie Rütefuh. Beschraubst du den Mann grad zusammen? Nein, ich halt deinen Kopf fest. Der Motten... Dein Genick ist fast gebrochen. Der Motten muss mir sein. Bei der Kies-Tankstelle. Das wird so schlimm, wenn dann... Würde ich glaube ich nicht mehr reden können. In der Nähe von der Kies-Tankstelle. Sehr froh, dass hier nicht bis in dem Hirn liegt. Das ist Unity live. Oh, da war aber eine Schraube locker. Das hab ich gestimmt. Nein, der ist ansprechbar. Der hat nur Schmerzen. Wir haben einen Crash. Der Motorradfahrer ist in uns reingequasht. Ist gleich. Oh, da ist noch eine Schraube locker. Die muss festgezogen werden. So, ich auch mal noch. Ich hab hier auch noch den Griff gelernt. Dein Pulli ist kaputt gegangen. Bin sie. Rechts am Arm. Ah, stimmt. Scheiße. Komm, wir fliegen ihn wieder zusammen. Kümmer dich um meinen Pulli. Wir fliegen Urlaub. Ja. Wie lange am Bauch? Und die haben nicht gesagt. Ich weiß nicht. Hast du schon vorbestellt, Tungie? Ja, ja. Jetzt haben wir Zeitdruck. Jetzt ist aber los. Ich brauch Dings. Immer noch kaputt. Ich brauch eine Ratsche. Guck dir mal das Loch an. Beide Seiten. Ich brauch eine Ratsche und einen 16er. Oh, du Scheiße. Ratsche und einen 16er. Hä, bist du ein Gangster? Warum? Weil du trägst so eine Farbe. Ich trage auch Rot. Kann ich bei euch mitmachen? Bestimmt. Ich pushe von rechts. Trinkie, was machst du da? Ja, ich kümmere mich um den Herrn. Okay. Was ist eine Ratsche? Hier ein bisschen... Das Ding. Ein bisschen Spucke. Wir brauchen Klebeband. Klebeband. Haben wir sowas? Ja, hinten im Koffer rum. Ja, das sollte bald wieder gehen. Und bring ein bisschen Klebeband mit. Ich krieg da schon wieder hin mit deinem Fußnacken. So, ja, siehst du, dann hält er da auch. Ja, guck, die haben auch schon in die Sau. Ja, mal hier einmal an. Hey, mach ich nicht. Wie, Mann, ich bin wer. Dann komm ich nächstes Mal mit dem Panzer. Mach Klebeband dann sehr wohl. Das sieht doch schon viel besser aus. Hier, ach so. Hä? Was soll ich denn jetzt mit Kabelbinder? Keine Ahnung. Sollen wir ihn fesseln, damit er sich nicht bewegen kann? Warum? Sonst tut er sich selbst verstümmeln. Warum sollt ihr denn das tun? Ich weiß nicht. Ich bin immer fordert. Was ist hier los? Zum Glück zeigt der Mann rot. Dann kann man sein Blut nicht sehen. So, beruhigen Sie sich, Sir. Ich muss ihn in den Mund zubinden. Wir machen das schon. Klebeband. Wir sind vom Fach. Wir kennen uns aus. Gehen wir noch ein bisschen. So. Ja, schweigen Sie. Ach, soll. Einmal auf den Mund. Da kommt auch schon der Kastwerk. Ach, zum Glück. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, jetzt dürfte er nicht mehr regnen können. Regen. Alle sind hier los. Wir haben einen kleinen Umfall gebaut. Wir haben einen kleinen Umfall gebaut. Jep. Okay. Alice hatte wir zu, statt es vier. Auch ein Da Vinci. Okay, weil die sind genau los. Also, wir kamen mit dem Auto von da natürlich in Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Und der Herr hier mit 180 kmh uns entgegen. Wir können noch ausweichen, aber der hat sich erschrocken und ist vom Noppet gefallen. Oh, Gottchen. Der Herr kann selber noch reden. Aber er ist einfach wie sie gelandet. Ey, warte, mach irgendwann ab. Oh, der kann ja ganz schnell, das stimmt. Ronny. Aus. Keine Sorge, ich bin Arzt. Dr. Medic Nagasaki. Lass mich ernst, ich bin durch. Arztanmaßung? Was? Willst du mich jetzt verhaften? Ich glaube, ich hau hier gleich in die Rübe. Das machst du nur einmal. Ja, weil dann liegt es ein Lutscher. Danach liegt es du. Okay, erzähl mal was. Oh, ich hatte die von die Arzt. Ja, an den Knie und am Arm. Links, rechts, links. Schnell, wir machen Paraflucht. Beides? Ja. Wir haben keinen Sorge. Ich hab das. Kommt. Ich bin so aufgeregt. Die hat einfach die Ruhe weg, ne? Trink, wir machen Fahrerflucht. Da musst du rennen. Ja, ja, ich mach ja schon. Gute Beicherung. Gute Preise. Ja, aber die von diesem Krankenhaus, die sind nur am Sticken mit mir. Schon den ganzen Tag. Du bist auch der einzige Mensch, den ich jemandem kennengelernt habe, der Hausverbot im Krankenhaus hat. Ja, ich hab wieder bloß zwei Wochen. Darf ich dir sagen, warum? Bloß zwei Wochen. Ja, bloß zwei Wochen. Von heute an, bloß zwei. Ich hab jemanden, der hat eine Stichwunde, hab ich vor der Tür rausgelassen. Und dann hab ich eine Woche Ausfahrt gekriegt, weil ich die Einfahrt für die RTVs zugeparkt hab. Aber das ist ein Notfall. Jo, die lassen mich ja nie erzählen. Die gehen mir direkt eine Woche. Jo. Jo, sorry, Jo. Also, Gate 3 müssen wir. Ich glaub, ich fahr im Gegenverkehr. Ui. Geht's euch gut? Jo. Ui. Der Schuh geht rein? Komm, ich hab am meisten Geld. Ich führ's alle. Okay. Wie ist denn... Was? Oh, gut. Oh, gut. Tringy? Jo? Kannst du mich machen Massage? Ja, natürlich. Danke. Warum nennst du mich Ass-Munch? Ach, ich weiß auch nicht. Galalala-Ahalalala... Galalalla-Ahalalala... Meinst du? Galalala... Galala... Nein? Wie guibst du denn drauf? Ich muss mein Nasenhaar wieder schneiden, das kommt immer in die Lippe. Soll ich heute wieder? Ja bitte. Okay. Komm schon, Pinsel. Hast du meine Brille eingepackt dafür? Ähm, die hast du auf. Ja, ne man, nicht riecht die Brille. Ne, hab ich vergessen. Super, ja dann hoffe ich, dass ich alle kenne. Komm schon, Pinsel. Was hast du bestellt? Ein 15-Berga-30-Cola. Weil ich nicht wusste, wie lang wir bleiben. Ein Kofferraum. Ja, was soll ich sagen, ich weiß nicht, wie lang wir bleiben. Wir fliegen nur auf. Entschuldigung, ich meine, bis hin. Ja, fliegt die zu einer Insel. Gib Gas, die Waffenrechnung. Nein, die bleiben da drin. Nein. Nimm die eigentlich raus, so, meine Königin. Los, los, los. Sirius, Dankeschön für die Szene. Das will ich sehen, dass du es bezahlst. Oh, hey, die Backen, nimm mal recht, und wir haben das Zeitdruck. Und für die Schöne, wir haben das Zeitdruck. Und für die Schöne, wir haben 35. Hi. Der Eisrich. Wo ist der Flughafen-Nummer? Wo ist der Flughafen-Nummer? Wo ist der Flughafen-Nummer? Warte aus. Warte aus. Warte mal, hab ich das nicht vorhin rumgefahren? Warum steht das schon wieder hier? Nein, so nicht. So nicht. So nicht. Ich schaff Arbeitsplätze. Wo muss ich hin? Warte aus. Okay. Oh, Mann. Oh, da darf man nicht drüber fahren. War das ein Eischönchen? Wo lang, Twinkie? Warte aus. Und der hat's? Ich glaub immer geradeaus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war echt wenig Verkehr hier für den Flughafen. Vielleicht kann einer hier herkommen. Er hat so angefangen. Wo ist denn hier Gate 2? 2. Da steht doch was. Hoffentlich nicht oben. Terminal 4. 4. Ah, hier ist 3. Guck mal. Hier ist rechts. Hier ist 3. Hier ist rechts, ja. Guter Satz. Ja. 4. 4. Ich weiß nicht mehr, ob 2 oder 3. Und jetzt kommt gar nichts mehr. Dann dreh lieber um. Nein, die 2 kommt ja auch vor 3. Halt euch fest. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach. Oh mein Gott. Wo ist 2? Auf vor 3, oder? Eins. Zwei. 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 Zwei oder drei. Aber ist er recht hier? Ah. Taxi. Wir sind vor dem Taxi. Wir sind ja vom Taxi. Wir dürfen nicht parken, ne? Ja. Denk schon. Ihr müsst ein Zeichen rausholen. Ja. Hab ich abgeschlossen. Ja, super. Sorry. Hey, da ist nichts drin, ne? Was? Doch. Du hast uns beklaut, Pinsel. Da sind nur Alkoholer drin. Doch. Ja, den Rest hab ich noch. Ach so. Warte. Du hast uns beklaut. Egal, wir tauschen dort. Nimm die Cola mit. Okay. Ich hab... Du musst noch den Kabelbinder wegmachen. Warum? Ah, das piept doch. Jawohl, das ist das Plastik. Ach, keine Ahnung. Ja. Das Auto bleibt hier. Ja. Ich ruf nur mal ein. Toll, gib nicht rein. Scheiße. Ist er das hier? Ich bin so aufgeregt. Ja. Hier, ich hab dir ne Beruhigungstablette mitgenommen. Oh, danke schön. Weil du doch Angst hast vom Fliegen. Ja. Junge, ich bin so aufgeregt. Oh, meinen Arm nehmen, ne? Danke. Ach so, ja. Danke. Oh, hier. Guck mal. Oh, hier. Guck mal. Ich bin nervös. Oh. Aber der geht schon nicht mehr am Handy rin. Oh, sind wir zu spät? Boah, da ist nur wieder einer von diesen blöden Abbrill-Scherzen. Nein, hoffentlich nicht. Ich schil mich bisschen hin. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Dann müssen wir nach oben. Vielleicht müssen wir nach oben. Vielleicht müssen wir nach oben. Nicht, das will dann da bleiben, ne? Dann sind wir nämlich Engländer, wenn wir auf der Insel liegen. Oh, wirklich? Ja. Vielleicht müssen wir hoch. Wo hoch? Weiß nicht, da ist ne Treppe nach oben. Oh nein, ich hab nicht ne Treppe schon. Du bist freiwillig Treppe laufen? Nein, aber was, wenn wir nach oben müssen? Ein Stimmpinsel hat gar kein Strand-Outfit. Haben die eins? Selber schuld, hättest du drüber nachdenken. Vielleicht gibt's ja da einen Klamottenladen. Ach, Peanut kann ja auch bestimmt irgendwas machen. Der muss doch auch überleben. Ich mach dir auch was aus Kokosnüsse. Da muss ja was geben. Wie soll der sonst drüber überleben? Und dann nur so ein Band zu Schlippobacken. Dann bauen wir dir nur einen Flitzebogen. Und dann gehst du jagen. Jep. Hier. Hier. Hier hat jemand gepfiffen. Habt ihr's gehört? Ja, da ist auch ein Auto weggefahren. Müssen wir vielleicht dorthin nur diesen? Da dürfen wir doch gar nicht drauf. Warum? Vielleicht sind die da für die Security vom Flugzeug. Die rennt jetzt dagegen und stößt da hin. Bumm, neun Dreiviertel weg. Das ist gar nicht, dass die so in den Hocke gehen kann. Sonst sagt die, die hat immer Migräne. Klingi! Was machst du? Klingi! Da können wir nicht durch Was? Was machen wir? Weiß nicht Warum? Achso Okay Und kannst du was sehen? Ich hab kein Königs Was? Du kennst kein König? Aber du kennst doch Abu Peanut Was für brachvolle Lenden Danke Du hast es ja Da ist ein Zaun Was ist denn, wenn wir da oben rum oder springen? Hier Bist du verrückt? Warum? Wir dürfen da nicht drauf Nein Das gibt Ärger Haha Pinsel Jetzt können wir dich füttern Oh, hier ist es offen Nicht da drauf, Twinkie Oh, der ruft an Ja, hallo, Herr Juri Ja, wie sieht es aus, Flughöfen? Ja, wir sind dann da Ja, wann ist dann da? Wir sind jetzt schon da Ja, wir sind sicher, dass ihr da seid Weil Slava ist mit Flugzeug da, aber ihr seid nicht da Gleich zwei Also Unterhalb von 2000 Dieser Postercode Auf der Start- und Landebahn Du kannst auf die Start- und Landebahn fahren Ach so Ach, wir müssen dann drauf fahren, kommt Wir können mit dem Auto drauf Ja, selbstverständlich Ach so, das wusste ich nicht Und dann je nachdem, wo ihr reinfasst Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Was? Je nachdem, wo ihr seid Einfach rechts drauf fahren Also rechtsseitig dann rüber fahren Ich muss zum Auto rein Ich meine, mit der Ruhe Geht zwei Da Ausgestiegen Oh mein Gott Passt auf deine Pumpe auf Ich habe keinen Fahrrad dabei Oh mein Gott, natürlich Was für ein Fahrrad Hä? Wieso Fahrrad? Fahrrad? Was für ein Fahrrad? Ich habe keine Ahnung Deswegen frage ich Was für ein Fahrrad Weiß nicht mehr Falsch So, wir fahren auf die Start- und Landebahn Ja Keine Genehmigung Der BP ist for all Ach so Ich fahre hier rein Bei den drei Das ist ein Schild Da steht irgendwas drauf Oh Kommt Wir dürfen da hinfahren Ich hoffe, du fährst richtig Hast du keinen, der irgendwie diese Diese andere Da steht ein Flugzeug Ein gelbes Nee, dann muss ich jetzt vorbeifahren Dann müsste, glaube ich, noch ein Weißes kommen Und dann müsste das andere kommen Das ist das von uns kommen Wir sind jetzt auf der Wir sind auf der Landebahn Dürfen wir hier fahren? Die rechts ist ein Weißes Da hinten ist ein Weißes Oh mein Gott Oh mein Gott Oh du Scheiße Da vorne ist ein schwarzes Kleine Da stehen welche Ja genau, da müsste ich hin Ach du Scheiße Wir sind einfach der Priseite Zu dem schwarzen Kleine müsste ich hin Ja, hier sind doch Leute Ja, siehst du Hilf mir im Parken? Also klar, dann bis gleich Ja, bis gleich Ja, bis gleich Bumm Ist das nicht ne Bombe? Perfekt Bloß abschließen Essen und Trinken haben wir alle, ja Habt ihr alles rausgenommen hier? Das Essen und so? Perfekt nur nichts Und man abschließt Wenn eine Tür fehlt Ich will das nicht bauern Sag mir jetzt nicht Das ist dein Auto Das ist das Es fehlt doch keine Tür Guck doch Ich steh Schmuggelst du was in deinem Hintern? Den Pfund Kokain Komm Okay, wo müssen wir hin? Denk dran, wir sind VIP Wir müssen richtig cool laufen Was müssen wir? Wir müssen so richtig stolz laufen Weil wir fliegen im Urlaub Stolz? Ja Die werden uns durchsuchen Okay Okay? Mit Taschenlampe? Ich hab eine Kommt Ich hab auch eine Ich hab auch eine Keine Sorge, kann die meine ausbauen Die vibriert doch Ja Ich will keine Ja komm jetzt Sie müssen nachher in die Baden schon Ja, okay Boah, sind wir cool Du schwingst aber, du Hüfte, ne? YMCA Wir sind VIPs Ja Wir sind 2 und 1 Oh Ich steh aus als Die Taschenlampe wegstecken, danke Ja Wir haben draußen gewartet Wir wussten nicht, ob wir hier drauf dürfen Moinchen Hallo, wir sind die Elite Genau Kurze Frage Waffen dabei Oder Handys Handys, ja Dann zurück zum Fahrzeug Warum? Der ist Handys dürfen nicht mitgenommen werden Ich geb euch mal die 31 Bestimmungen Warte mal, man darf keine Handys mitnehmen? Ja, lassen Sie das mal mit Ihrem Machen Sie das mit Ihrem Piloten in Ruhe Wollen wir uns töten? Natürlich Und aufessen Oh Da gibt's einen Machetenmann Der isst gerne Leute Oh nein, ich hab 12 Händys dabei So, ich schicke euch mal diese Einreiseinformationen Ach, du heilige Scheiße Oh Oh, ich will nicht lesen Und da ist auch ganz wichtig Das Kleingedruckte zu machen Ganz wichtig Okay Oh, noch mehr Text vielleicht? Kannst du nicht lesen? Es geht Ja, also das reicht doch Man muss 55.000 Dollar zahlen Damit der Arzt da hinkommt Nein, dass du zurückgeflogen wirst Zum Krankenhaus Aber ich verstehe das nicht mit dem Telefon Warum? Hm, dass du Wie soll man denn den Arzt rufen Wenn man kein Telefon hat? Ja, wir haben ja ein Telefon Nur ihr nicht Aber ihr dürft eins haben Natürlich, wir sind ja die Besitzer der Insel Und warum darf ich kein Telefon haben? Weil die Insel ein Ort der Ruhe und Entspannung sein soll Wo nicht jedes Mal das Telefon so weit klingen soll Aber ihr habt ein Telefon Da Ja Ja Wers Hölle ist dieser Kayo? Kayo Janar, kennst du nicht? No, das ist Kayo Kayo Janar heißt er Da steht Kayo Perrenko Das ist sein zweiter Vorname Kayo Perrenko Janar Ah Okay Also Peanut, du kannst gern Juri anrufen und fragen, ob er bei euch eine Ausnahme machen möchte mit Telefons Nö, das ist egal Aber was ist mit einer Taschenlampe, wenn es dunkel wird? Oder erzählt das wieder als Waffe? Für mich ist eine Taschenlampe keine Waffe Ist eine Taschenlampe? Genau Taschenlampe ist Taschenlampe Weil wir haben Angst im Dunkeln Ich auch Und wir wollen Höhlen erkunden Mhm Okay Dann tun wir unsere Händis im Auto Das wäre schön Und sonstige Waffe noch? Hab keine Waffen Das ist löblich Stink Schokotorte habe ich In Würfel Das darfst du alles mitnehmen Oha Komm, wir tun uns auf Dings hin Oder sich mit dem Auto herfeln Komm, komm, gleich Was? Bin doch am Lesen Ich bin auch am Lesen Achso, das Kleingedruckte Jupp Ich hab nicht vorher gesagt, dass das ist das Wichtigste Das hab ich nicht gelesen Also, muss ich meine Ja, das ist schwierig Mit der Kamera wegwerfen Die hier muss ich weg Auch im Kopf rumtun Die musst du in den Kopf rumtun Ich hab auch schon überlegt Aber das Kleingedruckte Wenn du das Kleingedruckte liest Dann musst du wirklich nur diese Kamera Du weißt Ja Okay, alles gelärchen Okay Du bist aber verdammt Kleingedruckt Ich weiß nur wen Ja, du hast doch einen Brille auf Warte Nichts, das sieht super sexy aus Mit den Leuten Ich verstehe das mit den Handys nicht Ich verstehe den kompletten Texten Die wollen nur nicht, dass wir Hilfe rufen werden Die wollen uns bestimmt mördern Was ist, wenn das die Insel vermördert? Leute, ich hab vier Telefone bei Falls die Insel nicht ausgucken Ich hab extra vier Telefone eingepackt Ich hab zwei bei Warum immer? Ja Wahrscheinlich auch wegen dem Holländer Äh, was ist mit Kabelbilden? Das ist auch keine Waffe Ach man Warum seh ich so aus? Guck mal, ich seh aus Ein Schlumpi Du bist ein Schlumpi Ja, das ist richtig Aber die Die denke ich Darf ich mal da hin? Was, Junge? Die denke ich Die gehört doch zum Personal So, was muss wir Oh Gott Ja, es gibt eine Insel Willst du mich sehen? Eins Drei Drei Wie viele Handys hast du? Vier Vier Taschenlampe dürfen, ja? Ja Und Kabelbinder nämlich auch mit Falls mein Schnürriemen reißt Wo wir, die kommen jetzt mit Kabelbinder Darf man nicht mitnehmen Weil da kann man niemandem fesseln Dann hau ich die weg Die sehen schon wieder so richtig dumm aus Die Typen Ich glaub ich hab alles Was ist mit der Actionfigur? Ja, darfst du mitnehmen Ist keine Waffe Gut Zeig mal Auch wenn du wirst Wie viele Handys hattest du, Alter? Ich auch, ich schmeiß sie vom Turm Ich mach die mit meinem Körper kaputt Ich lieg einfach drauf Ich mach die mit meinem Körper kaputt Mit der Brust Ich hab mal so ein Video gesehen Ich auch Da werden Cola-Dosen zerschneidert Aber ganz ehrlich Ich glaub die Millionen Waren einfach gezählt Ich glaub ich auch Die waren vorgekocht Ja Ich guck mir geht nix an Einfach mit dem Kopf durch die Wand Wir haben aber noch ne Actionfigur Gut Dann äh Wenn sie mit dem Piloten Den Papierkram so gesehen Sag ich jetzt mal durch habt Dann würden wir sie einmal Personalien überprüfen und sie einmal durchsuchen Okay Ich hab bestimmt ne offene Akte, Sir Ich hab immer offene Akten Das war bei der Einreise aber nicht so schwierig, ja? Ich hab aber meine Frage Wenn wir wieder zurückkommen Jetzt ein Doktor Ein Helikopterführerschein? Ja, ein Doktertitel Oder ein Doktertitel? Ne Wir haben keine Einreise geschenkt für sie Ja doch Ein Führerschein Ja Ich hab einen Führerschein geschenkt bekommen Aber vorher keinen Also von uns kriegen sie nix geschenkt Achso Wir sind hier nur da Dass sie nix irgendwie mit rüberbringen Was hier nicht hingehört Richtig Die Herren kommen einmal bitte zu mir Jawoll Einmal die Herren Hier in der Bevor wir das nicht suchen Ich brauch erstmal einen Personalausweis Die Dame Achso Wir fangen mit dem Papierkram an Einmal bitte ein Personal Was heißt Ich muss hier Dann muss ich rauskramen Ach, Frau Smalls Ich schau euch kurz Aktenmäßig Da, bitte schön Dann kriegen sie schon wieder zurück Bitte schön Danke Keine Fotos Das ist ja doof Und ich? Wann sich schon bei der Polizeikontrolle? Ich? Achso Gut Wir haben eine weiße Weste Als alles andere Ich bin übrigens immer noch den Text Natürlich Natürlich Ja Pass auf Wo du hingreifst Gleich Wir haben tatsächlich Zwei offene Akten Was hab ich? Ich hab eine Anzeige statt Der hat uns nix Also wir haben auch Zwei offene Strafzettel Strafzettel Ja Positionen dann ausmachen Gut Das ist dann Pernal passt soweit Falsch geparkt Und zwar mitten auf der Fahrbahn Wann soll das denn sein? Und welches Auto? Keine Autos sind in der Verwahrstelle Wenn du wegen Falschparken schon reinkommst Ein Aseer Oh so Ich hatte ein Auto in der Verwahrstelle Und das hat die dafür schon ausgebracht Jo Es war wahrscheinlich ein Aseer, ne? Ein was war das? Ein Aseer Was ist nun mal Aseer? Die Dame Ein Ingenkrot hatten wir Ne, wir hatten nochmal einen Leihwagen Ah, das kann sein So ein kleiner Ja, genau So ein kleiner Kompaktwagen Und so Genau Da haben sie tatsächlich Zwei offene Akten Also zwei offene Strafzettel Ja, aber wie hab ich das Auto Dann wieder rausbekommen? Ich hab den Dieter jetzt an Keine Ahnung Ich hab kein Handy bei Aber Wir können sie tatsächlich Erst fliegen lassen Wenn die bezahlt sind Wie toll ist das? 18.000 Dollar Ja, ich hab Ich fliege kein Flugzeug ohne zwei Wodka Twinkie Ich kann nicht fliegen Weißt du noch, wo uns Das Auto abgeschleppt wurde Was der Dieter uns rausgeholt hat? Wo der gesagt hat Wir müssen nichts zahlen Der hat nicht die Akten geschlossen Jetzt soll ich 18.000 Dollar zahlen Ja, wie? Jawohl Weiß ich da der Kollege gerade rum? Kann ich die hier zahlen? Vielleicht bei Ihnen? Wir zahlen? Warum sollten wir 18.000 Dollar zahlen? Der Dieter hat uns das sonst rausgebracht Geben einfach Der hat ihm für die Akten nicht geschlossen Ja, großartig scheiße 18.000 Dollar Ja, kannst du den Dieter nicht anrufen? Ich hab dir kein Handy bei Äh, meinen sie damit den Herrn Fischer? Dieter Fischer Ja, und der hat uns dann nehmen Den Auftrag gegeben Äh, ich ruf kurz den Herrn Fischer an Warum schließt denn er das nicht? Warum hab ich mir schmutzige Weste jetzt? Ich hab sogar zwei vergeben, sagt er Zwei vergeben? Ja Ich hab nix getan Dafür hat er den Auftrag bekommen Fotos zu machen Aber die Akten sind noch offen Und der Herr möchte gerne die Insel angucken gehen Ja, haben wir Nicht die Wahrheit Da mein ich aber traurig Äh, sind zwei Akten jeweils wegen Parken? Ich hatte letztens Zwei Akten wegen Parken? Ich hatte letztens Also Verstoß gegen Parken und Halteregelung Die wurden alle gelöscht, einfach so Manometer Ich hatte zweimal Verstoß gegen Parken und Halteregelung Äh, ASEA, Schwarz, LSE, G0803 Das ist doch von Nico das Auto Das wiederhole ich jetzt nicht Was hat er gesagt? Der alte Wichser Ja, die, äh, ja, ist auch hier Ja, gut, dann, äh, schließen wir es gleich Und dann, äh, da Dann dürfen wir los Alles klar, dann bedanke ich mich Hab mir noch nie was zu Schulden kommen lassen Gut, Herr Peanut dann Einmal nochmal zu mir Dann muss ich sie noch einmal durchsuchen Ja, genau Die Rohrzeinge brauchen sie nicht Auf der Insel Warum nie? Die können sie hier lassen Und was ist, wenn ein Rohr kaputt geht? Die haben da Klempner Ach, die haben Klempner, aber kein Arzt Das ist richtig Die Rohrzeinge würde ich sie bitten Ja, die schmeiß ich hier gleich auf den Boden Ja, oder so Ja, dann können sie die Hände runternehmen Oh, oh, oh Habt ihr vielleicht auch noch einen kurzen für mich? Lava? Ja, Blugang Da, was hieß? Habt ihr einen Klempner auf der Insel? Nein Mario? Warum sagt der dann ja? Ich hab ne Rohrzeinge gebaut und hab gesagt Falls mein Rohr kaputt geht Also, nein Rohrzeinge ist nicht erlaubt Ja, aber der Polizeimann hat gesagt Egal, scheiß Rohrzeinge Das war die sinnvollste Ausrede Ich weiß einfach nicht Ich lass die auch hier liegen Hoffentlich wird die Egal Ach, Mann Hör mir auch Aber das ist blöd Wenn die jetzt ins Trieber gerät Irgendwie Ja Nee, die war aus Papen Das war keiner Denk Die ist biologisch abbaubar Damit kann man auch biologisch abbauen Dann können sie so weit fliegen Was ist denn mit meiner Akte? Bin ich gerade am schließen Ja, die Geht doch, wenn ich dich seh An der Knallt Ja Müssen wir uns anschnallen Im Bus? Bus Ihr könnt gern versuchen Euch im Bus anzuschnallen Was denn heißen? Was nett wäre Wenn ihr euch gleichmäßig Rechts und links verteilen könnt Ihr zweit Ich brauche mich gegen Handschuhfach. Das ist okay. Zum Einsteigen der Knopf ist hier am Flügel. Steh mir mit dem da hinten. Warten Sie, der kurze. Wir müssen da drauf. Dann sind wir schon wieder weiter. Ich wünsche Wart. Danke. Auf einen angenehmen Fluch. Was machst du da? Wo müssen wir einsteigen? Wo müssen wir einsteigen? Genau, ganz. Ganz geht vorne am Anflügel. Das hält mir, Pinsel. Ihre Räuberleiter. Willst du jetzt die Fenster klackern nehmen? Kommst du rein? Was ist denn? Das ist physikalisch nicht möglich. Mach Platz, Twig. Ich komme. Ich komme hier. Geh weg, Pinsel. Ähm. Ja. Ja. Ich bin auf dem Weg. Oh. Elf. Jupp. Ja, ich bin sogar wirklich rechts und du links. Das ist gut. Oh mein Gott, der sitzt wieder vor mir. So, jetzt muss ich es mal liegen. Fuck you. Sitzt du da noch bequem? Ja. 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 Oh, das stinkt ja. Oh mein Gott, ich hatte keinen kurzen vor dem Fluch. Du hast aber nur Beruhigungstablette gegessen. Oh Gott. Fick dich, Pinsel. Ich sehe dich. Pinky. Hier hinten. Ja. Oh, hallo. Boah, du trägst. Beruhigst du mich? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh mein Gott, jetzt ist die Waffe weg. Was? Was? Wo hast du denn die Waffe? Was hab ich? Los, fahr. Das ist ein Überfall. Das ist eine Waffe. Ich habe keine Waffe. Aber ich weiß, ich auch. Du bist weg, weg hier. Das ist mein Stinkfinger. Ich bin weg, weg hier. Sie erhalten jetzt noch die Fluginformationen. Bitte hören Sie gut zu und sind Sie aufmerksam? Nein, nicht gut. Nein, nicht gut. Ui, schnell. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Wow. 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 Tag, Tag Super, ah hey, die Insel ist richtig krass Also das Allein das Haus, man Oh mein Gott Es ist Ah hey, hey, hey Es ist richtig cool Aber du kannst da so viel machen So richtig Adventure-Touren, wenn du Bock drauf hast War richtig cooles EP heute War kein Kopf kaputtmacher RP-Lachen-Dings, war trotzdem lustig Der Stimmenverzerrer macht mich fertig Why, why, why Die Bungalows werden halt anders Kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn das ausgebaut ist Woher haben die so viel Kohle Das sind die Architekten des Servers, die bauen Die Interiors aller Dinge auf dem Server Das sind eigentlich nicht nur so Event-Charts, die ja bei RP spielen Ich kannte die Insel vorher noch nicht Ich hab den Heist auch im Online-Modus noch nie gezackt Umso geflashter Bin ich jetzt davon Ich freu mich schon auf Nachher, wenn wir so ein ganz kleines bisschen erkunden können Wenn die Uhr jetzt nicht ihre Finger haut dafür Hallo Zar, guten Abend Hey, hey, hey Richtig cool Hat unheimlich viel Spaß gemacht heute Chat, ich schick euch die Zaya machen Okay Ich wette, ich wette kein Unhöflich wieder, der Mann sagt nicht Gute Nacht Der ist halt russisch, ne Die sind emotional Knallart Mach doch, Kidboy Mach doch, doch kein Heier Ich dachte, ihr sollt Heier machen Vielen lieben Dank für heute Dankeschön für Den Support und Host auch, Juri Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht Und bis Nachher 19 19 auf Entdeckungsreise Tschüss Schlaf gut Bye, bye, bye Have a great time Tschüss Tschüss